Ja, Metal-Leute und herzlich willkommen zurück auf unserer Achterbahn der schlechten Lebensentscheidungen und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde durch ganz Deutschland. Heute ist ein Tag zum Genießen. Ich genieße, ich mache mir heute mal einen Genieß am Morgen. Ich bin aufgestanden, habe mich erstmal auf mein Fahrrad geschwungen, bin zu meinem Bäcker gefahren, habe mir ein leckeres belegtes Brötchen gekauft und eine Erdbeermilch. Ja, ich bin normalerweise nicht so einer, der frühstückt, aber heute genieße ich mal den Tag. Heute ist ein schöner Tag, um ihn zu genießen. So, es ist jetzt kurz nach acht. Auch wenn ich immer noch genug anderen Shit zu tun hätte, wir gucken uns heute alles an, was es gestern gab. Und wenn es den ganzen Tag dauert, wenn es drei Stunden dauert, das ist mir egal. Ja, Historisches ist passiert, Leute, Historisches. Hier im Hintergrund der Artikel von Nordbayern. Als der erschienen ist, war alles klar. Gestern, ich hatte Spätschicht, ich hatte nicht das beste Timing diesmal, leider. Ich musste alles auf der Spätschicht und ein bisschen auf dem Handy verfolgen. Wo wir gerade vom schlechten Timing reden, man stelle sich mal vor, dass man an dem Tag, an dem durch die Presse geht, dass Benzin noch niemals in der Geschichte so teuer war, wie jetzt gerade in Deutschland, sich in sein Auto setzt und von nun an im Auto zu leben. Tja. Ja, was ist gestern passiert? Ihr habt es sowieso alle verfolgt, nochmal in kurz. Irgendwann mittags kamen Videoaufnahmen auf, auf Telegram und auf Twitter, dass auf dem Grundstück Polizeibeamte und Leute in Warnwesten sind und alle schrien, oh mein Gott, heute wird er geräumt. Dann gab es irgendwie so eine, dann habe ich noch so eine kleine Entwarnung gesehen, dass das nur irgendwelche Leute waren, die sich irgendwas angucken wollten und schon mal gucken wollten wegen Abrissarbeiten und so weiter. Ja, und dann irgendwann am frühen Nachmittag, ah, hier ist es ja, 18.32 Uhr, erschien dann auf Nordbayern der Bericht, dass der gute Lord ausgezogen ist. Die Schlüssel wurden übergeben. Er wohnt jetzt nicht mehr in der Schanze, Leute. Und damit begann vielleicht eine der interessantesten Schnitzeljagden, die es jemals gab. Nach all dem, was ich gesehen habe, da kommen wir später noch darauf, war seine erste Nacht in, Achtung, Anführungsstrichen, Freiheit, wohl nicht besonders entspannt. So, gucken wir mal. Ja, und dann tauchten plötzlich Videos von ihm auf. Bin dann mal weg. Ein Labervideo. Dann die historisch allerletzte Roomtour. Und dann der erste Vlog 128. Vlog 128? Waren wir nicht schon weiter als 128? Überlege ich gerade. Ist egal. Der erste Vlog live aus dem Autoross. Das ist alles in allem, muss ich mal eben gucken, 21 Minuten, 33 Minuten. Oh, das ist ziemlich genau eine Stunde Material. Da muss ich mal gucken, wie lange das bei mir wird. Ja, diese Videos, vor allen Dingen das Bin dann mal weg Video, hat er auf jeden Fall. Das werden wir gleich auch sehen. Wisst ihr was? Ich starte ihn einfach mal. Ich schiebe euch das mal hier so rein. Dann gucken wir mal. In dem Video müssen wir noch nicht so viel gucken. Später bei der Roomtour mache ich das Fenster dann wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Aber ganz ehrlich, ich habe die Roomtour auch schon gesehen. Wahrscheinlich viele von euch so viel, er filmt halt auch einfach sehr viel in die Dunkelheit rein. Also so viele coole Sachen können wir da nicht sehen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere Roomtour von einem Hater, der dann nachts noch mal eingestiegen ist. Wir gucken heute alles beim Spiegellord, dem inzwischen 17. seiner Reihe oder 16. oder so. Keine Ahnung. Natürlich in der Beschreibung verlinkt, Leute. Ja, bin dann mal weg. Gucken wir uns das doch mal an. Wupp, wupp. Yay, Metal-Lorde. Servus und herzlich willkommen. Aber jetzt ist jedes Intro vom Spiegellord eine Erinnerung an bessere Zeiten, ne? Metal-Lorde. Servus und herzliches Willkommen beim Drachen. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze mache. Wir sehen ein Video aus der Vergangenheit, weil der Greenscreen noch hängt und auch das Drachenposter an der Wand noch. Also auf jeden Fall wurde das nicht gestern aufgenommen. Es könnte sein, dass während ich das Video hier hoch, also wenn das Video hier hochgeladen wird, dass ich schon unterwegs bin. Deswegen, falls ihr euch jetzt wundert, wieso hockt ihr jetzt schon wieder bei sich zu Hause oder bei sich ehemalig zu Hause? Für die Leute, die sich nicht so hundertprozentig auskennen mit YouTube, wie man so YouTube-Videos hochlädt und so weiter. Er kann das letzte Woche hochgeladen haben, kann es auf Privat stehen haben und in dem Moment, wo er auszieht. Also er kann im Auto sitzen, kann quasi das Video, was vor einer Woche hochgeladen wurde, von Privat auf Öffentlich ändern und dann haben wir es. Da braucht er nicht mal das Laptop für, das kannst du mit dem Handy machen. Easy. Wir haben heute den 21.02.2022. Es ist also so gesehen für euch ein Video aus der Vergangenheit, weil ich das Video... Wie schlank er damals noch war in der Vergangenheit. Wenn ich denn fertig bin, morgen oder so, also es wird noch was ans Ende vom Video dran gehängt wahrscheinlich von morgen. Ich werde es dann morgen oder was oder übermorgen hochladen und bearbeiten und veröffentlichen werde ich es aber erst eine oder zwei Wochen später. Das hat er noch geschnitten, gerendert und hochgeladen auf seinem alten PC. Wir sehen auch die Kamera, auch die Qualität von der Kamera. Das ist nicht mit dem Laptop entstanden, das war noch mit dem PC. Nee, bevor der PC dann bis in alle Ewigkeiten in einem Lagerraum gelandet ist. So irgendwann um den 5. bis 8. März rum, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht auch schon am 4. März, es kommt drauf an, wie ich letztendlich das abhaue. Vielleicht werde ich auch, wenn ich abgehauen bin, bereits das Video veröffentlichen, ich weiß es noch nicht. Er hat es nicht mal bis zum März geschafft, ne? Also da, am 21. hat er das aufgenommen, da geht er noch davon aus, 4. 5. vielleicht 8. März. Nee, ist sich nicht ganz so ausgegangen. Ob es da bereits vorfällige Videos gab und so weiter, ich habe keine Ahnung. Fakt ist, auf jeden Fall, wenn ihr das Video hier seht, bin ich bereits nicht mehr hier oder wohne nicht mehr hier, weil ich bereits ausgezogen bin. Deswegen vorab erstmal, ja, ich habe euch angelogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wusstet ihr, dass der Drachenlord manchmal seine Zuschauer anlügt? Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber mal mächtig mein Bild, was ich von diesem Typen habe, überdenken. Ich hatte natürlich gesagt, dass ich jetzt Ende des Märzes abhauen würde, nach der Verhandlung. Tatsache ist, dass ich vor der Verhandlung abhaue, allerdings nicht wegen der Verhandlung, sondern weil ich jetzt hier länger bin, als ich eigentlich sein wollte. Also ursprünglich, ich erkläre jetzt mal den Plan, wie er ursprünglich geplant war, weil das hat sich mittlerweile sowieso ledigend hinfällig. Ich denke, dass alles, was er in diesem Video erzählt, er sich nachträglich gerendert hat. So, ich glaube nicht, dass das, was er mir jetzt erzählt, was vor zwei Monaten sein Plan war, vor zwei Monaten sein Plan war. Vor zwei Monaten hatte er überhaupt keinen Plan. Vor zwei Wochen hatte dieser Typ überhaupt keinen Plan. Ursprünglich, habe ich ja schon mal erzählt gehabt, das ist der fünfte Erste geplant, dass ich ausziehe. Gut. Das Problem am fünften Ersten war zum einen, die Sache notariell hat zu lange gedauert. Ursprünglich wäre der fünfte Erste ein sehr spätes Zeitpunkt gewesen. Ich wollte jetzt sagen, ein sehr spätes Datum, dann habe ich Zeitpunkt gesagt. Egal, auf jeden Fall war es so, dass der fünfte Erste ein sehr später Zeitpunkt gewesen wäre. Aber dadurch, dass das notariell recht lange gedauert hat und dann auch ich mein Geld relativ spät bekommen habe, hat mein Plan, wie er ursprünglich geplant war, nicht funktioniert. Du hattest keinen Plan. Das macht auch wenig Sinn. Er hat gesagt, der fünfte Erste wäre zu spät gewesen. Aber er hat das Geld erst super spät bekommen. Also, ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, er hat irgendwann Mitte, Ende Dezember, hat er das Geld bekommen. Wir können davon ausgehen, er hat das Geld bekommen, ein paar Tage bevor er sich den Ford Ranger gekauft hat. Das war sofort wieder weg. So, das heißt, wenn er irgendwie Mitte Dezember erst das Geld bekommt und er bekommt das Geld erst, logischerweise. Also, die Leute von der Gemeinde mögen ein bisschen langsam sein, aber so doof sind die nicht. Die überweisen ihm ja nicht erst das Geld und danach machen sie das mit dem Verkauf. In dem Moment, wo er das Geld bekommen hat, war das notariell hundertprozentig durch. Und dann war, wenn er erst Mitte Dezember das Geld bekommen hat, war der fünfte Januar nicht ziemlich spät, sondern eigentlich fast noch zu früh, wenn man überlegt, dass er dann, wenn man überlegt, von dem Zeitpunkt, es ist alles mit dem Verkauf in trockenen Tüchern bis zu dem fünften Januar, drei Wochen sind dann doch vielleicht, selbst für einen normal funktionierenden Menschen, wären drei Wochen vielleicht noch ein bisschen arg kurzfristig gewesen, um aus so einem Haus rauszuziehen und sich irgendwas Neues zu suchen. Das war nämlich ursprünglich geplant, ich gebe an fünften Ersten und fahre aber schon zwischen Anfang und Mitte Dezember. Also geplant war eigentlich, dass ich entweder schon zu Weihnachten eine neue Wohnung habe oder, was ich am wahrscheinlichsten fand, wenn ich keine Wohnung habe, dass ich eben vor der Wohnung in eine andere, den Plan umsetze, den ich jetzt umsetze, also dass ich umherreise. Das Ganze war nicht ganz so einfach, aufgrund verschiedener Gegebenheiten und hat letzten Endes nicht... Wenn das stimmt, was er sagt, wenn er schon Ende Dezember, Anfang Januar, den Plan hatte, er wollte ja da schon sich in sein Auto setzen und einfach losfahren und ein Vagabundenleben leben, dann hat er aber trotzdem, nachdem er diesen Plan gemacht hat, wenn er diesen Plan hatte, wenn er mir das jetzt erzählt, hat er trotzdem danach, als er schon wusste, ich fahre mit dem Auto durch die Gegend, danach hat er noch 3.000 Euro ausgegeben für eine Grafikkarte für seinen PC und für das VR-Headset, von dem er jetzt nichts mehr gebrauchen kann, weil er seinen PC nicht mehr hat. So, dann hat er da im Januar fast 3.000 Euro rausgegeben. Ach, er hat safe über 3.000 Euro ausgegeben, da war ja noch ein 400-Euro-Monitor dabei. So, 3.000 Euro im Januar noch mal rausgehauen, dafür, dass er Ende Dezember schon wusste, ich setze mich in mein Auto und lebe, keine Ahnung, und reise durch die Gegend. Ja, Wahnsinn. Dann war das ja, also, dann war diese Investition im Januar ja noch viel besser, als wir sie sowieso schon dachten. Funktioniert aufgrund des Hauptproblems, dass meine Verhandlung, äh, nicht die Verhandlung, meine, also der Plan mit der Wohnung hat nicht funktioniert, und ich habe mein Geld auch erst kurz vor Weihnachten bekommen. Also, mein, ich habe die Probefahrt mit meinem Auto ja kurz ein oder zwei Tage vor Weihnachten gemacht und mein Auto bekommen habe ich erst kurz vor Neujahr, also zwei, also fünf, sechs Tage später. Und jetzt... Er wusste zu diesem Zeitpunkt schon hundertprozentig, es gab keine Chance, dass er länger noch in diesem Haus leben kann, als er dieses Geld bekommen hat. Probefahrt, Ranger kaufen. Alles weg. Alles weg. So. Jetzt ist es so, dass es nicht anders gegangen ist. Und dann hat es geheißen, dass halt jetzt noch gesucht wird wegen einer Wohnung. Bedauerlicherweise hat es bis vor drei Wochen gedauert, oder bis vor vier Wochen, also bis Mitte Januar, Anfang Februar hat es gedauert. Anfang Februar hat es gedauert. Da habe ich dann einen Termin gehabt in Nürnberg, da war ich dann und habe mich mit denen unterhalten, das habe ich ja schon im Video erzählt oder im Stream, mit den eventuell zukünftigen Mietvermietern. Problem hierbei war, dass ich... Entschuldigung, ich habe einen Frosch am Hals. Problem hierbei war, dass ich keine Wohnung bekommen habe. Ich hatte zwar schon im Vorfeld damit gerechnet, aber aufgrund dessen, dass es über die Gemeinde und über das Landratsamt und halt über behördliche Wege gelaufen ist. Oh, guck mal an, über behördliche Wege, das hat er gelernt. Nicht über gesetzliche Wege, das ist ja schon mal was. Habe ich halt keine Möglichkeit gehabt, was anderes zu finden, weil ich habe selber nichts gefunden gehabt, da wurde ich abgewiesen. Du hast nie gesucht. Beziehungsweise, ich wurde dann auf staatlicher Ebene auch abgewiesen und habe jetzt letzten Endes seit zwei Wochen erst Bescheid, also vor zwei Wochen habe ich Bescheid gekriegt, dass es nicht funktioniert. Jetzt hatte ich noch den Rest des Februars Zeit, wenn ihr das Video hier seht, ist es ja schon März. Ich hatte jetzt noch bis Ende Februar Zeit, meine Sachen zu packen und aus dem Haus auszuziehen. Man muss dazu sagen, wenn nicht so viel Druck von Seiten der Hater und auch von Seiten der Gemeinde auf bestimmte Personen innerhalb des Gemeinderats und so weiter eingewirkt werden würde oder geworden wäre, dann wäre ich vielleicht wirklich noch bis zur Verhandlung hier geblieben. Das war auch zwischendurch eine Überlegung, die ich hatte, nicht irgendwie ein Wunsch, weil ich wollte... Das war eine Überlegung, die er hatte und zwar nur er alleine. Er saß in seinem Haus und hat sich gedacht, ach, ich kann doch auch noch vier Wochen bis zur Gerichtsverhandlung bleiben. Die anderen rundherum herum, die das zu entscheiden haben, die haben darüber nicht nachgedacht. Das war seine Überlegung. Warum sollte irgendwas anderes passieren? Und ja, er hat gerade bestätigt, er ist jetzt also, er ist nicht freiwillig gegangen, sondern er ist auf ganz extrem auf Druck von außerhalb, hat er dieses Haus verlassen. Er hat gesagt, die Hater haben noch Druck gemacht auf irgendwie den Gemeinderat oder so. Vollkommener Quatsch. Wie soll das funktionieren? So, wie soll das funktionieren? Da war einfach mal das Maß voll. Das zum Beispiel auch, das habe ich in meinem Video, das habe ich mal in meinem letzten Video gesagt. Das ist nur meine Theorie, ich kann das mit nichts beweisen. Aber zum Beispiel auch, ja, dass dieser Verteilerkasten da beschädigt wurde. Zum Beispiel, vielleicht war das wirklich, dass die gesagt haben, hey, die fangen jetzt an, hier unseren Ort auseinander zu nehmen. Der muss jetzt weg. Also, es kam auf jeden Fall Druck von außen. Er hat gestern ganz bestimmt nicht das Haus freiwillig verlassen. Und natürlich, ich meine, er hat am Anfang gesagt, oh, er hat uns angelogen, weil er gesagt hat, weil er Sonntagabend noch gesagt hat, dass er auf jeden Fall vier Wochen da bleiben kann. Natürlich wusste er das letzte Woche auch schon. Und jeder wusste, was war das denn? Er war plötzlich jeden Tag weg. Jeden Tag ist er zu seinem Lager gefahren. Laut seiner eigenen Aussage war er Freitag dreimal bei seinem Lager. Und jeder Hater von hier bis Timbuktu hat gesagt, irgendwas ist im Busch. Die Leute auf Twitter, die Leute in den Telegram-Gruppen haben gerätselt, was ist denn da los? Er verhält sich einfach komplett an. Alle wussten, dass irgendwas im Busch ist. Nur hundertprozentig wussten wir das nicht. Und jetzt am Montag ist er halt weg. Das hat er halt letzte Woche schon gewusst. Irgendeiner von der Gemeinde hat ihm halt gesagt, Zeit ist abgelaufen, nächste Woche Montag. Und dann fing er an zu rotieren wie ein Wahnsinniger. Es ist ja eigentlich schon Zeit, Weihnachten hier weg sein. Wenn er letzte Woche das Gefühl gehabt hätte, ich kann noch vier Wochen bleiben, dann wäre er vielleicht einmal da hingefahren. Wenn er wirklich gedacht hätte, weißt du was, ich habe noch vier Wochen Zeit. Wir wissen doch, wie Rainer in Anführungsstrichen arbeitet. Sondern es war eine Überlegung, weil es halt am einfachsten wäre, weil wenn ich wirklich freigesprochen werden sollte oder auf Bewährung, dann habe ich andere Möglichkeiten als jetzt. Jetzt ist es so, dass die Verhandlung im März natürlich ist. Natürlich werde ich dazu trotzdem anwesend sein und vorhanden. Also jeder, der mich kennt, soll der wissen, dass ich niemand bin, der wegläuft. Ich habe mich meinen Verhandlung... Nein, du bekommst jetzt ganz bestimmt keinen Credit dafür, dass du bei deiner Verhandlung auftauchst. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit, Digga. ...Verantwortungen immer gestellt. Ich habe Mist gebaut, beziehungsweise... Du hast dich nie in deinem ganzen Leben deinen Verantwortung gestellt. Immer wenn du Scheiße gebaut hast, immer wenn irgendwas in deinem Leben kaputt ging, waren immer andere Leute schuld. Das ist das genaue Gegenteil von sich Verantwortung stellen. Was heißt Mist? Ich habe mich verteidigt, aber... Jetzt sitzt du da und sagst, ich habe ja keine Wohnung gefunden, weil die Haters. Hast du dich deiner Verantwortung gestellt? Nicht eine einzige E-Mail hast du zu irgendeinem mal geschickt, damit du mal selber eine Wohnung bekommst. Nee, du hast andere Leute suchen lassen. Ja, also ich habe eine Straftat in dem Sinne begangen und deswegen stelle ich mich auch der ganzen Verantwortung, die ich halt habe. Aber... Was wohl das Gericht dazu sagen wird, dass du jetzt wirklich richtig offiziell obdachlos bist. Er hat jetzt keine... Er hat jetzt keine Anschrift mehr, Leute. Er hat jetzt keine Adresse mehr, unter der er gemeldet ist. Gehe ich mal stark von aus. Ein Typ, der in seinem Auto lebt. Hm. Fluchtgefahr und so. Die... Es ist nicht das Einzige. Was da das Problem darstellt, sondern es gibt auch das Problem, dass eben... Hey Rainer, mach doch mal richtig die Augen auf. Aufgrund dessen, dass ich jetzt hier weg muss, gab es das Problem, dass ich natürlich erst mal schauen muss, was mache ich mit meinem Eigentum. Denn das Haus ist verkauft, aber Gegenstände innerhalb des Hauses, so wie mein Auto oder meine Kaffeekanne, mein PC, meine, äh, verschiedenen anderen Gegenstände, Konsolen, DVDs, Spiele und was weiß ich noch alles. Und auch die Möbel, äh... sind natürlich mein Eigentum, beziehungsweise... Will mir Rainer gerade wirklich erklären, dass er das Haus verkauft hat, aber die Sachen, die in dem Haus drin sind, gehören trotzdem noch ihm? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Natürlich, Rainer hält sich immer schlauer als für alle anderen Leute. Und weil er gerade das erste Mal in seinem Leben umzieht und das jetzt gerade für ihn eine shocking News ist, glaubt er das... Also wirklich ohne Scheiß. Rainer glaubt, er ist schlauer als alle anderen, was einfach nur bedeutet, dass er glaubt, dass seine... Aber geistig behindert sind. Das ist einfach so. Was? Du hast dein Haus nicht verkauft mit allen Sachen, die da drin sind? Du hast dein Haus verkauft, aber deine muffige Couch, die da drin steht, gehört trotzdem noch dir? Scheiße. Ich dachte, man verkauft immer Häuser komplett so? Und wenn ich mir ein neues Haus kaufe, ist das auch komplett eingerichtet mit Klamotten von anderen Leuten drin? Meine Fresse, ey. Im Vertrag ist alles so festgehalten, dass alles, was ich bis zu meinem Auszug aus dem Haus noch entferne, mitnehmen darf. Das bedeutet, bevor ich hier ausgezogen bin, muss ich alles oder musste ich alles aus meinem Haus entnehmen. Das bedeutet, dass dir gestern Abend, Montagabend, du in deinem Hotelzimmer saßt und dir eingefallen ist, dass du irgendwas vergessen hast, an das du jetzt nicht mehr rankommst. Alles, was jetzt noch in diesem Haus ist, ist Müll und wird verschrottet. Und irgendwas, Leute, irgendwas hat er vergessen. Und das ist inzwischen, wenn ihr das hier seht, mit Sicherheit schon passiert, denn ich habe mir ein Lager gemietet. Da war ich jetzt heute schon, also für mich heute, am Montag, am 21.02., da habe ich schon die erste Ladung hingebracht. Die zweite Ladung werde ich entweder noch heute Abend oder morgen dann hinbringen. Das war die letzte Woche, die letzte Woche, wo er so furchtbar offline war, wo alle überlegt haben, sag mal, was macht er eigentlich? Das war der Montag dieser Woche. Da war er am Montag schon unterwegs und Dienstag und alle anderen Tage halt auch. Und die dritte Ladung auch und ich denke, mehr als drei Ladungen werden es nicht sein. Mehr als drei Ladungen werden es nicht sein. Montag, also was er auf jeden Fall gesagt hat, Montag war er da, Mittwoch, Donnerstag, laut seiner eigenen Aussage ist er Freitag dreimal gefahren. Das sind schon mal mindestens sechs. Also dieser Typ hatte zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt hatte er ja noch nicht angefangen. Der weiß nicht mal, wie oft er fahren muss, um seine Sachen da hinzubringen. Der hat gedacht, vielleicht hat er drei Ranger voll Klamotten und dann ist er siebenmal gefahren. Mal abgesehen davon, dass wir ja gar nicht wissen, was für einen, oder wir werden später, heute noch hören, was für einen Schrott er da hingebracht hat. Hier sollte ich vielleicht noch dazu sagen, witzig war an der Stelle übrigens, das ist ein kleiner Scherz, das kann ich sagen, weil es ist nicht die Parzelle und es weiß sowieso keiner wo. Es gibt mehrere Mietsgebäude überall, also ich habe in Nürnberg was gesehen, ich habe in Ansbach was gesehen, in Erlangen auch und da, wo ich jetzt bin. Ich habe euch gesagt, er wird nicht direkt in Emskirchen irgendwas einlagern, er will ein bisschen weiter weg gehen und dann ist es halt Geiselwind geworden. Und das Witzige ist, dass eine der Parzellen, die ich mir angeschaut habe, an einem der Orte, wo ich war, wäre 1510 gewesen. Natürlich fand ich... Wahnsinn, das Haus, was deine Familie gehört hat, wird bald demoliert, Rainer. Du lebtest in einem Auto, aber du hast eine Parzelle gefunden mit 1510. Knaller-Joke. Ich finde das sauwitzig, weil es hätte wieder mal perfekt gepasst, aber das Problem da ist, dass die Parzelle, wo ich meine Sachen hätte lagern können, einfach zu groß war. Das war einfach viel zu groß, da hätte ich fast meine ganzen Möbel noch mit reinstellen können und ich will von den Möbeln eigentlich nichts mitnehmen. Er konnte von den Möbeln eigentlich nichts mitnehmen. Er kann keinen Sofa oder keinen größeren Schrank alleine tragen und er hat definitiv niemanden gehabt, der ihm geholfen hat. Rainer hat nur Sachen aus seinem Haus entfernt, die er alleine tragen konnte. Selbst wenn er etwas Größeres hätte mitnehmen wollen, hätte er es nicht geschafft. Also weder das Sofa, was ohnehin durchgesetzt ist, noch mein Bett, noch sonst was. Ich nehme nicht mal Stühle oder so mit. Das legendäre Zarensofa, das hat ja schon Weltkriege überlebt, das wird auch einfach den Abriss überleben. Also jetzt mal ohne Scheiß, die werden halt dieses Haus abreißen und dann werden sie die ganzen Trümmer entfernen und da wird halt immer noch das Zarensofa stehen. Die bekommen es nicht kaputt, Leute. Das muss gesprengt werden. Ich nehme im Prinzip nur Sachen wie mein PC, meine Konsole oder meine Konsolen, mein Ecosystem, ein paar Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel meine Popcornmaschine, meine Zuckerwarnemaschine, mein Drucker natürlich auch. Aber auch so Maschinen wie zum Beispiel meine Kaffeemaschine, meinen Wasserkocher. Man stelle sich vor, er hat seinen Wasserkocher mitgenommen. Weil man kann sich ja, wenn man irgendwann in eine Wohnung zieht, keinen neuen Wasserkocher kaufen für 12,99 Euro. Nein, man muss irgendeinen Wasserkocher mitnehmen, der noch, keine Ahnung, die fünf Jahre alten Kalkreste aus der Schanze drin hat. Seinen Popcornmaker hat er mitgenommen. So, auf jeden Fall. Solche Sachen hat er eingelagert. Seine Popcornmaschine. Unfassbar, unfassbar. Die ist mittlerweile schon weggelagert. Also, die habe ich schon eingelagert. Heute zum Beispiel meine, äh, lasst mich kurz überlegen. Äh, wie heißt das Ding? Ach ja, richtig, das wollte ich noch sagen. Sein Ecosystem hat er mitgenommen. Sein Amazon-Ecosystem hier. Ähm, womit er hier Licht an und aus gemacht hat. Alexa. Das Alexa hat er mitgenommen. Rainer, äh, okay. Vielleicht ist das nur Optimismus. Vielleicht wird er irgendwann nochmal in einer Wohnung leben. Er hat auf jeden Fall sein, sein Amazon-Ecosystem mitgenommen. Gott sei Dank benutzt er das nicht in seinem Auto. Äh, meine Milchshake? Nee, nicht Milchshake. Äh, wie heißt das? Meine Smoothie-Maschine. Habe ich auch zum Beispiel heute schon mit weggelegt. Also, genau. Ich hoffe, dass du irgendwas von den Sachen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sauber gemacht haben. Weil sonst hat sich das in ein paar Monaten auch erledigt. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die Sachen, die er jetzt eingelagert hat, die werden dort mindestens drei Jahre bleiben. So, der holt die da jetzt nicht mehr raus und dann wird er mal eine Weile in staatlicher Obhut kommen und so weiter. Ganz ehrlich, das vergammelt doch alles. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, und einige andere Sachen halt auch so ein bisschen. Auch so ein bisschen meine Dekorationssachen. Ich habe hier ja lauter so, hier zum Beispiel habe ich ja meine Figürchen von Omelibo oder auch meine ganzen Drachenfiguren und so weiter. Meine Poster. All diese Sachen lagere ich halt da momentan ein. Und abgesehen von ein paar Gegenständen, wie meinen Poster und so weiter, nehme ich halt kaum was mit. Aber es war mein PC natürlich und so weiter. Ja, du hast ja auch kaum noch was, was Wert hat. Auch deine Poster haben keinen Wert, aber für ihn hat das emotionalen Wert. Es ist jetzt dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das letzten Endes in der Zukunft jetzt laufen wird, weil für mich ist heute erst Montag, also für mich ist heute erst der Anfang des Ganzen. Aber es ist für mich gleichzeitig auch so, dass ich heute oder morgen mir noch einen PC, einen Laptop kaufen werde. Sobald ich den Laptop dann habe, werde ich den Laptop komplett einrichten. Und ab diesem Zeitpunkt werde ich hier den kompletten PC und alles abräumen, was ich noch mitnehme und werde das sofort wegbringen. Und das hat vor allem den Hintergrund, dass ich in den letzten Monaten und Jahren hauptsächlich Angst um meinen PC und andere Gegenstände hatte, die mir sehr wichtig sind. Wenn die Leute über den Zaun klettern, mache ich mir nur Sorgen um meinen Computer und mein Auto und alles. Das ist vollkommener Quatsch. Also das macht ja keinen Sinn. Denn wenn er vor sechs Monaten schon Angst darum gehabt hätte, wenn er einfach nur Angst darum gehabt hätte, dass Leute über den Zaun klettern und ihm seinen PC aus seiner Bude rausklauen, hätte er sich das Laptop dann kaufen müssen, als er sich den Ranger gekauft hat. Als klar war, hey, ich bin jetzt mal ein bisschen häufiger unterwegs, ich bin jetzt mal ein bisschen häufiger nicht im Haus. So. Das Laptop hat er sich doch jetzt gekauft für seine Reise, damit er irgendwie unterwegs ein bisschen was machen kann. Dafür hat er das Ding gekauft. Dass er sagt, er macht sich Sorgen, dass Leute ihm was aus seinem Haus rausklauen, aber ein bis zwei Tage später hat er doch seinen PC schon irgendwo eingelagert gehabt oder so. Also das ist ja nicht der Grund. Nicht dadurch, dass die hier ins Haus einbrechen. Wenn die wirklich einbrechen und ich da bin oder da wäre, jetzt gehört es mir ja nicht mehr, wenn ich hier weg bin, ist es ja endgültig vorbei, ich habe auch dann kein Wohnrecht mehr. Du hattest nie ein Wohnrecht, du warst geduldet. Wie ungeziefer. Wenn du ein Wohnrecht hättest, ein wirklich vertraglich geregeltes Wohnrecht, dann hättest du da einfach wohnen bleiben können, Rainer. Wenn du ein Wohnrecht hast, kann dich niemand rausschmeißen. Das ist der Sinn von einem Wohnrecht. Du warst gerade so geduldet und irgendwann und gestern wurdest du nicht mehr geduldet und dann musstest du gehen. Du hattest keine Wahl. Wenn er die Wahl gehabt hätte, würde er auch heute noch in dieser Bude sitzen. Das ist so. Er hat nichts davon freiwillig gemacht. Ich bin gespannt, weil ich halt Angst um meine Gegenstände habe. Wenn die dann wirklich einbrechen und ich hier sein sollte, dann haue ich denen aber auf die Lichter oder hätte denen aber auf die Lichter kaut, beziehungsweise habe ich schon jemanden auf die Lichter kaut. Ja, das werden wir am 23. März noch besprechen. Dafür, dass du nicht stolz darauf bist, erwähnst du es aber verdammt häufig. Wenn ich in so einer Gefahr sehe im Laufe der letzten Jahre, ist es einfach für mich keine andere Möglichkeit, mich da zu wehren. Zumindest nach meinem Verständnis davon. Okay, so, wo war ich jetzt? Also wie gesagt, ich hätte eigentlich vorgehabt, sowohl geplant wäre es gewesen, als auch, dass ich jetzt fest vorhatte, dass ich vor Weihnachten verschwinde, aufgrund dessen, dass es mit dem Nutzeriellen so lange gedauert hat. Das hatte fast zweieinhalb Monate gedauert, weil Anfang... Er wollte vor Weihnachten verschwinden, aber er hat gerade gesagt in diesem Video, dass er erst ein paar Tage vor Weihnachten überhaupt die Probefahrt mit dem Ranger gemacht hat. Womit wollte er denn verschwinden? Wollte er sofort, als er den Ranger bekommen hat, am zweiten, dritten Tag den Ranger vollschmeißen mit Klamotten und einfach abhauen? Das ist doch Quatsch. Das hat er sich doch damals nicht gedacht. Ende Dezember saß er in seinem Haus und hat gedacht, höhöhö, großes blaues Auto macht Würmwürmen. Da hat er noch gar nichts gedacht. Der hat auch Anfang, Mitte Januar hat er auch einfach noch gar nichts gedacht. Der ist einfach morgens aufgestanden und hat in seiner Schanze gelebt. Der hatte keine Pläne. Das rendet er sich jetzt im Nachhinein alle schön zusammen. Ach, ich habe mir damals schon gedacht, dass ich das und das mache, was ich jetzt mache. Einen Scheiß hatte der. Der hatte keinen Plan. Oktober hatten wir das Ganze mit dem Vertrag unterschrieben. Und erst Mitte Dezember habe ich dann mein Geld bekommen für das Haus. Also es hat fast zweieinhalb Monate. Dann hattest du ja schon Mitte, seit Mitte Oktober hättest du Zeit gehabt, Gelegenheit gehabt, dir mal aktiv was Neues zu suchen. Weil Mitte Oktober, vollkommen egal, ob du das Geld hast oder nicht, es stand ja schon fest, dass du nicht in diesem Hause wohnen bleibst. Monate gedauert, oder sagen wir mal zwei Monate hat es gedauert, bis alles dann in die richtigen Bahnen gelaufen ist. Und ab diesem Zeitpunkt erst konnte ich hier weg. Beziehungsweise ab diesem Zeitpunkt hatte ich das Geld und hätte weggekonnt. Aber das stimmt halt so nicht. Wenn er im Oktober, sagen wir mal, er hätte im Oktober, im Oktober wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Sagen wir mal, er hätte im November eine Wohnung gefunden. Er hat doch damals schon genug Geld mit YouTube verdient. Er hätte einfach in eine Wohnung ziehen können. Dann hätte er auch schon Ruhe gehabt. Dass du den großen Batzen Geld von der Gemeinde später bekommst, ist doch egal. Er hatte doch monatliches Einkommen. Er hätte auch schon in eine Wohnung ziehen können. Wollte er natürlich nicht. Warum? Ist ja nicht umsonst wohnen wie in der Ruine. Als ich dann erst noch das Auto machen musste, hat es sich dann bis Ende Dezember hingezogen. Und eigentlich wollte ich bis zum 5. rauszahlen. Allerspätestens. Ich habe auch mein Wort darauf gegeben, was mich echt tierisch ankotzt. Man stelle sich vor, der Drachenlord hat sein Wort darauf gegeben. Aber das wurde dann letzten Endes auch so ausgemacht, dass... Ich würde lieber einen Vertrag nehmen, der mit Scheiße auf Klopapier geschrieben ist, als dein Wort, Dicke. Dass es eben nicht geht und dass ich eben warten solle, bis man eben eine Wohnung gefunden hätte. Beziehungsweise, dass eben erst noch versucht werden sollte, dass ich eine Wohnung bekomme. Die Hater haben hierhin geschrieben Hausbesetzer. Das ist überhaupt nicht korrekt. Hausbesetzer. Denn ich wäre längst weg gewesen, wenn ich eine Wohnung gehabt hätte. Beziehungsweise auch ohne Wohnung. Jetzt gehe ich ja ohne Wohnung. Wäre ich auch weg gewesen. Aber aufgrund dessen, dass es halt geheißen hatte, auch von den jeweiligen Stellen her, dass ich eben noch abwarten solle, bis eben feststeht, dass es nicht anders geht. Ich wäre ja ausgezogen, wenn ich eine Wohnung gehabt hätte. Er hat aber niemals was für eine Wohnung gemacht. Das ist genauso wie wenn ich sage, hey, ich würde auch Supermodels wegknallen, wenn ich ein Sixpack hätte. Und dann fragst du mich, ja, ernährst du dich denn so wie ein Sixpack? Ich so, nö. Trainierst du denn für ein Sixpack? Nö. Aber wenn ich eins hätte, Leute, dann hör mir auf. War es dann eben so, dass ich eben erst gehen konnte oder erst gegangen bin jetzt, als es dann wirklich keine andere Wahl gab. Das ist auf jeden Fall eine wahre Aussage, muss man auch mal sagen. Er ist jetzt gegangen, weil es keine andere Möglichkeit mehr gab. Sie haben ihn vor die Tür gesetzt. Mit Polizeibegleitung. Das war jetzt von meiner Warte aus vor etwa zwei Wochen. Mitte Februar habe ich erst Bescheid bekommen. Ich hatte Anfang Februar einen Termin. Da war ich bei der Polizei in Nürnberg. Da wurde ein Raum gemietet von den eigentlichen Vermietern, mit denen ich da gesprochen habe, die mich da dann eventuell in die Wohnung nehmen wollten. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Er war in Nürnberg bei der Polizei. Dort wurde ein Raum gemietet von den Vermietern, die mit ihm gesprochen haben. Haben die Vermieter einen Raum bei der Polizei gemietet? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Haben sie sich dann letzten Endes dagegen entschieden? Ohne Scheiß ist das Gespräch mit den zukünftigen Vermietern, was Herr Nürnberg geführt hat. War das im Beisein der Polizei? Jetzt mal ohne Scheiß. Haben die Vermieter gesagt, wir unterhalten uns mit dem, aber nur wenn die Polizei da ist? Oder wir unterhalten uns mit dem, keine Ahnung. Vielleicht haben die sich auf dem Polizeipräsidium getroffen, weil die nicht wollten, dass Rainer weiß, wo das Haus steht? Ist sowas passiert? War für mich natürlich jetzt schlecht, war aber absehbar. Und ich habe von vornherein damit gerechnet. Und es ist jetzt so, dass dessen, weil ich die Wohnung nicht bekomme, eben keine Wohnung habe. Das heißt im Klartext, eigentlich bin ich so gesehen jetzt obdachlos. Ich habe es schon mal in meinem Stream gesagt. Ich danke euch, dass ich so viel Dank euch verdiene und mit meinen Videos und mit meinen Streams, die auch recht gut ankommen, immer halbwegs was habe an Geld. Also werde ich es so machen, dass ich erst mal in Hotels schlafe und dass ich halt erst mal umherreise, wie es ursprünglich geplant war. Ich hatte ja ursprünglich zwei Pläne, entweder die Wohnung oder eben das Umherreisen. Wenn er diese Wohnung in Nürnberg bekommen hätte, würde er jetzt dort sitzen, hätte sein Greenscreen schon an die Wand genagelt und würde jetzt ganz normal streamen. Und wir würden uns wieder Zelda angucken. Jetzt mal ohne Scheiß. Also dieser Plan, mit dem Ranger durch die Gegend zu reisen, ist halt einfach ein richtig schlechter Plan B gewesen. Und das war halt immer sein Plan B. Wenn er eine Wohnung bekommen hätte, würde er auch heute da sitzen und jetzt würde er wahrscheinlich gerade um diese Uhrzeit, keine Ahnung, einen Frühstückstream machen oder so. Und würde sich noch den Rest seiner Zeit bis zu seiner Haft den Arschplatz sitzen. Das ist einfach so. Ursprünglich war das ein ziemlich schwieriger Plan, auch aufgrund von Corona. Da ich damals nicht geimpft war. Inzwischen ist das mit der Impfung aber hinter mir. Das sage ich jetzt nochmal in einem Video, weil es nämlich viele immer noch nicht verstanden haben. Und das im Livestream neulich auch ein Thema war. Ich bin inzwischen geimpft. Das heißt, es ist... Wir wissen, dass er gestern in einem Hotel übernachten wollte. Wollte. Und er hatte dort schon eingecheckt. Das heißt, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass er tatsächlich geimpft ist. Es ist völlig unrelevant, da die ganze Zeit zu sagen, Impfung, Impfung, Impfung. Das ist nämlich völlig uninteressant, weil ich bin geimpft. Und ich musste mich ja auch impfen. Das war auch einer der Gründe, warum es sich ein bisschen hingezogen hat. Aber das war nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund war wirklich, weil es eben aufgrund von der Wohnungssuche nicht anders ging. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich längst weg gewesen. Das ginge aber eben nicht. Und dadurch, dass die Gemeinde, in der man gemeldet ist, dafür verantwortlich ist, jemanden, der obdachlos ist, zu versorgen mit einer Wohnung oder zumindest mit einem Zimmer, in dem man wohnen kann. Hä? Hä? Wenn du, wenn du Obdachloser bist und in der Gemeinde gemeldet bist, aber entweder du bist obdachlos oder du bist irgendwo gemeldet. Kannst du irgendwo, du kannst doch nicht gemeldet sein, wenn du, wenn du, wenn du keinen, wenn du keinen festen Wohnsitz da hast, kann ich mich da doch nicht anmelden, oder? Ich kenne mich mit den ganzen Sachen nicht aus, aber, ne, vielleicht, ganz ehrlich, er macht sich ja auch keine Gedanken über andere Menschen. Vielleicht denkt er sich, weil das jetzt bei ihm so war, weil, weil ihm, weil die Gemeinde versucht hat, ihm eine Wohnung zu finden, vielleicht glaubt er, dass das jetzt bei allen Leuten so ist. Und zumindest zum Beispiel, Gründe. Warte mal, ich, das, das, das höre ich mir jetzt nochmal an, das interessiert mich wirklich. Dafür verantwortlich ist, jemanden. Das ging aber eben nicht und dadurch, dass die Gemeinde, in der man gemeldet ist, dafür verantwortlich ist, jemanden, der obdachlos ist, zu versorgen mit einer Wohnung oder zumindest mit einem Zimmer. Also ich bin jetzt hier in meinem Ort gemeldet. Wenn ich jetzt hier aus meiner Wohnung rausgeschmissen werde, kann ich jetzt zur Gemeinde gehen und kann sagen, hier, ich wohne doch bei euch, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, mir irgendwo einen Raum zu suchen. So, so läuft das doch nicht, oder? Das ist doch vollkommener Quatsch. Wenn, wenn es danach geht, dürfte es ja in Deutschland keine Obdachlosen geben. In dem man wohnen kann und zumindest so ein paar grundlegende Grundbedürfnisse hat. Ich glaube, dazu zählt zum Beispiel eine kleine Küche und eine Dusche oder sowas oder ein Klo natürlich. Ein Klo natürlich auf jeden Fall. Ach so, mit Küche auch noch. Ja klar, auf jeden Fall irgendwie. Deswegen hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Und da ich ja hier sowieso gelebt habe, jetzt seit 30, 32 Jahren, hat man mich natürlich erstmal hier einfach wohnen lassen, in der Zeit, wo man was gesucht hat. Da man jetzt aber... An der Ruine kann er eh nichts mehr kaputt machen, haben sie gesagt. ...nichts gefunden hat und dadurch, dass auch Druck auf die Gemeinde ausgewirkt wird und auf den Gemeinderat, heißt es eben, dass ich eben von hier weg gehen muss oder soll. Interessant. Wer übt denn Druck auf die Gemeinde aus? Also vielleicht rendert er sich das nur zusammen. Vielleicht sagt er sich, ja, die Leute von der Gemeinde, die waren ja sonst so nett zu mir, da wird bestimmt irgendjemand Druck machen von höherer Stelle. Vielleicht haben die Leute von der Gemeinde aus auch gesagt, hier, er hat selber das Wort Landratsamt gedroppt, glaube ich. Irgendwie, dass er vielleicht schon, dass er vielleicht tatsächlich schon von höherer Stelle, vom Land Bayern, irgendwie schon die Ansage kam von wegen, hey, der Typ ist jetzt langsam aber mal richtig schlechte Presse, der muss jetzt mal weg oder so. Aber ganz ehrlich, wer da Druck auf wen gemacht hat, das können wir wahrscheinlich am Ende final nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall wurde genug Druck auf Rainer ausgeübt, dass er jetzt raus ist und das ist das Wichtige. Und das ist auch für mich vollkommen okay. Ich habe jetzt noch anderthalb, zwei Monate mehr gehabt, um alles soweit zu planen. Ich hatte jetzt mir eine... Du hattest anderthalb, zwei Monate mehr gehabt, um das alles zu planen, um jetzt in einer Woche, in fünf Tagen, dreimal pro Tag mit dem Ranger zu deinem Lager zu fahren, um hastig alles einzupacken und sowieso irgendwas zu vergessen. Zwei Monate hast du Zeit, es ist jetzt alles wieder in einer Woche passiert. Mir eine Parzelle gemietet. Rainer ist halt doch irgendwie ein 13-Jähriger, der vier Wochen Zeit hat für ein Schulreferat und alles am letzten Tag versucht zu machen und das Ergebnis am Ende ist scheiße. In die ich meine Sachen unterbringen konnte. Ich habe mir jetzt eine... Ich habe da bereits auch meine ersten Sachen untergebracht, das habe ich glaube ich gerade schon erwähnt. Ich habe schon als zweite Video, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich schon gesagt habe und was nicht. Und bis ich dann eben das Video hier veröffentliche, bin ich sowieso mit allem durch. Also dann sind alle Sachen bereits von hier weg. Das nächste, was jetzt hier noch ansteht, sind die Poster von den Wänden entfernen, den Greenscreen natürlich noch. Die Softboxen einpacken, meinen Computer und alles einpacken. Das mache ich erst, wenn ich mir einen Laptop geholt habe und alles eingestellt habe. Und dann ist meine letzte Tour, bevor ich dann endgültig ausziehe und die Schlüsselübergabe mache, wegfahren. Ich habe vor... Seine letzte Tour, bevor er den Schlüssel übergibt, ist wegfahren. Ja. ...mal hier durchs Haus zu laufen mit der Kamera. Das mache ich aber erst morgen. Ich sage gleich dazu, hier schaut es... Das ist Montag. Er hat gesagt, er macht es morgen, was Dienstag ist. In der Roomtour, die wir uns gleich angucken werden, wird er sagen, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert ist. Also von daher, Topplan, super durchgezogen. Das ist teilweise ein bisschen aus, weil ich in den letzten Monaten ein bisschen schlampig war. Natürlich in den letzten Monaten, Leute. Sonst, die letzten fünf Jahre vorher sah es ja immer top aus in der Schanze und jetzt die letzten Monate. Guckt euch seinen Gesichtsausdruck an, er weiß, dass er lügt. Nur in den letzten Wochen, jetzt hat es ja keinen Sinn mehr gehabt aufzuräumen, deswegen sieht es jetzt ein bisschen aus, ne? Ist klar. Also schlampiger als sonst. Ich glaube, dein Haus können sie gar nicht abreißen. Wenn sie versuchen, das Haus abzureißen, wenn sie den Giebel einreißen, dann fällt das Dach einfach so gefühlt zwei Meter nach unten und liegt dann auf dem Müll auf. Dann sieht das Haus immer noch genauso aus, weil der Müll von innen alles hält. Und habe mir dann gedacht, dadurch, dass es sowieso durch die Gemeinde dann geklärt wird und so weiter, war es mir dann auch an sich egal und ging es mich auch an sich nichts mehr groß an. Und vor dem Haus auf dem Grundstück sieht es aus wie Sau, weil die Hater die ganze Zeit Müll hier hinschmeißen. Leute, genießen wir das. Jetzt mal ohne Scheiß. Heute sollten wir genießen, jedes Mal, wenn er über die Hater spricht, was die gemacht haben auf seinem Grundstück. Das ist das letzte Mal, dass wir uns das anhören, Leute. Genießen. Letzten Jahr gezeigt, dass ich es eben eigentlich sauber machen würde, aber es hat nicht funktioniert. Es hat keinen Monat gedauert, war wieder alles dreckig, obwohl ich alles schön gemacht habe. Selbst die Reifen, die sie mir aufs Grundstück geworfen haben, habe ich dann eigentlich versucht, schön irgendwie zu dekorieren. Hat auch nicht funktioniert. Und letzten Endes wurden halt alle Versuche davon, das war mein letzter Versuch, wirklich hier zu bleiben, hier weiterhin zu wohnen. Deswegen hatte ich mir da einen Container gemietet, hatte da die ganze Sache in den Container geschmissen, hatte alles schön sauber gemacht, habe alles mit dem Hochzugranniker nochmal kurz geklärt. Das ist eine Geschichte, die hat er sich im Nachhinein zusammengerendert. Ich glaube immer noch, diese Aufräumaktion vom letzten Jahr, wir wissen es alle, plötzlich stand ein Müllcontainer auf dem Hof und er hat einfach innerhalb von zwei Tagen hat er amokmäßig alles versucht sauber zu machen. Er hat, keine Ahnung, hat an einem Tag sechs Stunden sauber gemacht, genauso wie die Aktion jetzt mit dem Lagerraum zum Beispiel, mit seinen Klamotten. Es muss von irgendwo Druck hergekommen sein. Ich glaube ja bis heute, dass die Gemeinde gesagt hat, hier, Herr Winkler, wir stellen Ihnen einen Müllcontainer dahin, Sie räumen jetzt mal auf, Sie haben drei Tage Zeit, wenn das einigermaßen aussieht. Ansonsten bekommen Sie mal einen Brief vom Ordnungsamt, weil das Umweltverschmutzung ist, was Sie auf Ihrem Grundstück machen und so weiter. Das war jetzt, dieses Saubermachen war sein letzter Versuch, dort wohnen zu bleiben. Diese Geschichte hat er sich im Nachhinein reingerendert. So ist es nicht passiert. Ich glaube nicht daran. Und letzten Endes war es dann aber so, dass das, mein letzter Versuch war, hier alles sauber und ordentlich und vernünftig zu machen und es hat aber nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes unter anderem dafür entschieden, eben aufzugeben, was das angeht und einfach es zu verkaufen und zu versuchen, einfach ein anderes Leben zu führen. Damals hat er sich das überlegt, Leute, müsst ihr mal überlegen. Letztes Jahr, das war, glaube ich, im April, April 2021, nachdem er seinen Hof sauber gemacht hat und nachdem dann die Hater ihm irgendwie wieder Dreck auf den Hof geschmissen haben, dann hat er sich entschieden, nee, ich will hier nicht mehr wohnen, ich verkaufe das Ganze. Dann hat er diese Entscheidung getroffen. Auf jeden Fall, Decker, auf jeden Fall. Ganz ehrlich sagen, um jetzt mal zum Ende vom Video zu kommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich gesagt, also ich bin natürlich erleichtert, dass es jetzt in eine neue Richtung entwickelt sich alles. Ich muss aber auch sagen, ich lebe hier seit über 32 Jahren, für mich ist das alles, für mich ist das alles alltäglich, auch mit den ganzen Hater, Vollidioten vor der Haustür natürlich, auch wenn es traurig ist, versteht sich. Und jetzt ist dein Leben eine Schnitzeljagd. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, um aus diesem Alltag rauszukommen, um mal einen neuen Alltag zu entwickeln, um einfach mal ein komplett neues Leben zu führen. Ein komplett neues Leben zu führen, dann in einem Auto zu sitzen und Videos zu machen, die keine Sau interessiert, Videos zu machen, die Leute auf YouTube nur angucken, um weiterhin anzugucken, wie es mit deinem Leben bergab geht. Denn das gucken sich deine Zuschauer an. Damit verdienst du dein Geld. Das hast du in den letzten fünf Jahren getan und das wirst du auch in den nächsten paar Monaten noch machen. Ich weiß nicht, wo mich das Leben hinführt, ich weiß nicht, was mich im Leben weiterhin erwartet, Freundinnen, Haus, Frau, Kinder oder vielleicht was komplett anderes. Unter der Brücke leben zum Beispiel. Dieser Mann hatte ein Haus, ein Haus und ein Grundstück, was ihm gehört hat. Das hat er jetzt durchgebracht in zehn Jahren, alles kaputt. Und hat das letzte bisschen Geld, was er dafür bekommen hat, ein Bruchteil von dem, ein winziger Bruchteil von dem, was es irgendwann mal wert war, hat er ausgegeben für ein Auto. Du bist mit einem Haus und einem Grundstück gestartet, jetzt lebst du in einem Auto und fragst dich, was das Leben dir noch so bringt, Frau und Kinder vielleicht. Mama mia. Ganz ehrlich, wenn du vielleicht, wenn du im Gefängnis sitzt, vielleicht wirst du die Frau von jemandem. Corona weitergeht, es soll ja jetzt angeblich ein bisschen sanfter abgehen, obwohl irgendwie die Maskenpflicht weiterhin besteht, obwohl weiterhin irgendwie alles gleich ist, keine Ahnung. Das ist Rainers Corona-Krise, obwohl die Maskenpflicht weiterhin besteht, obwohl sich nichts geändert hat. Für Rainer war Corona immer nur Maske tragen. Sonst nichts, überhaupt nichts. Es hatte keine weiteren Folgen für ihn. Klar, wenn er in den Supermarkt geht, muss er eine Maske aufsetzen. Wenn er ins Gericht geht, muss er eine Maske aufsetzen. Das war für ihn Corona. Ansonsten war für ihn Corona nichts. Der muss ja nicht, keine Ahnung, der muss ja keinen Test machen, um zur Arbeit zu gehen. Der muss ja nicht seinen Impfpass vorzeigen, wenn er in einem Restaurant an einem Tisch sitzen will oder so. Das hat er ja alles nichts. Für ihn war Corona immer nur Masken tragen. Und solange ich noch eine Maske tragen muss, gibt es noch Corona. Was anderes ist das ja nicht. Das ist seine Corona-Krise. Oh, ich muss ja eine Maske tragen. In welcher Richtung sich das noch entwickelt? Auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung, wie es so an und für sich generell mit meiner Situation weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich mit YouTube weiterhin Geld verdiene. Ich weiß nicht, ob ich mit YouTube weiterhin mein Leben führen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett in die Nesseln setze. Ich habe es schon mal im Livestream erzählt. Es kann sein, dass ich mir... Interessanterweise... Ach, das Frame, ne? Herrlich. Interessanterweise äußert er hier durchaus echte Bedenken. Ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, sein neuer Lebensstil in Anführungsstrichen wird meiner Meinung nach dazu führen, dass er weniger Geld verdient mit YouTube. Das ist einfach so, weil weniger von ihm kommen wird. Gleichzeitig haben sich seine Kosten aber drastisch erhöht mit Hotelübernachtung und die ganze Zeit beim Auto durch die Gegend fahren und so weiter. Er hat viel mehr Kosten. Also selbst wenn er das Geld halten könnte, was er in den letzten Monaten verdient hat, selbst dann haben sich seine Kosten drastisch erhöht. Und ich gehe mal davon aus, dass er das nicht halten kann. Einfach, weil dieser Typ kann nicht mehr zweimal am Tag Livestream. Das funktioniert einfach nicht. Und er wird auch nicht jeden Tag Livestreamen können. Da gab es ja mal durchaus mal Wochen, so im Dezember, im Januar, wenn er mal hyperaktiv war oder so. Hat er halt zweimal am Tag gestreamt und hat noch einen kleinen Vlog rausgehauen. Das wird halt einfach... Seine Uploads auf YouTube müssen halt einfach weniger werden, jetzt so mit seinem Leben. Er kann das halt einfach nicht machen, als wenn er in diesem Haus wohnt. Seine Finanzen werden... Seine Einnahmen werden zurückgehen und sein Leben ist sehr, sehr viel teurer geworden. So, und wo das endet, ob das für die, keine Ahnung, zwei, drei Monate, die er vielleicht hat noch in Freiheit, ob sich das ausgehen wird, ob das reichen wird, damit er pleite geht, keine Ahnung, weiß ich nicht. 3.000 Euro. 3.000 Euro für PC-Teile im Januar, ne? Wenn man mal rechnen würde, dass er jetzt, keine Ahnung, irgendwie in den günstigsten Motels absteigt, wo irgendwie, keine Ahnung, in Übernachtung 40, 45 Euro ist, Hättest du für 3.000 Euro über zwei Monate in billigen Hotels leben können, Rainer? Und was ist? Diese 3.000 Euro vergammeln jetzt irgendwo in einem Lagerraum. Ich fühle mich natürlich komplett in die Nesseln setze und was sich hinterher herausstellt, ach ja, das funktioniert so sowieso nicht und ich habe eine A-Karte und deswegen verdiene ich nichts mehr und bin dann endgültig obdachlos und sogar noch gehaltlos, was dafür sorgen würde, dass ich dann letzten Endes der letzte Schlucker bin und Auto noch verkaufen muss, um dann noch ein paar Euro zu haben und wenn ich dann nicht schaffe, in einer Wohnung oder alles zu bekommen, ja, dann bin ich obdachlos und kann unter der Brücke pennen oder mich gleich erschießen, das kommt dann darauf an, wie es läuft. Aber Rainer, sich erschießen, das machen doch andere Leute. Du bist doch der, jetzt mal ohne Scheiß, ne, ich suche diese Frames nicht, ich drücke einfach auf Pause. Ähm, aber du bist doch der, der starke, der starke Lord, der starke Drache, niemand außer dir hätte dieses Leben geschafft und die anderen Leute, die, die Leute, die feige sind, die, die bringen sich doch um, wenn sie nichts mehr wissen, oder Rainer? Das sind schon ein bisschen andere Töne, so. Jetzt mal ohne Scheiß, ne, wenn dem das Geld ausgeht, jetzt, jetzt hat er noch sein Auto. Jetzt mal ohne Scheiß, sein ganzer, sein ganzer Lebensraum ist jetzt sein Auto. Wenn der mal irgendwann dieses Auto verliert, aus was für Gründen auch immer, ob er es verkauft oder sonst irgendwas, dann steht er da an der Straßenecke und dann weiß er nicht mehr, wohin. Und irgendwann hat er kein Geld mehr für ein Hotelzimmer und jetzt mal ohne Scheiß. Man sagt immer aus Spaß, oh, nicht, dass du irgendwann unter der Brücke lebst, aber jetzt mal ohne Witz, so weit weg ist das gar nicht. Natürlich gibt es aber auch die andere Situation, dass ich dadurch, dass ich solche Videos dann mache, wo ich umherreise, wo ich euch auch zeige, wo ich bin oder andere Gegenden. Und so weiter zeige, natürlich immer ein, zwei Tage versetzt, damit ihr da nicht unbedingt irgendwas machen könnt in die Richtung. Aber es macht dann... Rainer, gestern Abend hast du im Motel One am Frankfurter Flughafen übernachtet. So, oder, nein, nein, du hast versucht dort zu übernachten. Hast dort eingecheckt. Wir wissen das. So, wir haben dein Auto auf dem Parkplatz gesehen. Und dann wurde die Rezeption von dem Hotel ein bisschen mit Anrufen zugebombt und dann gegen halb zwölf hat er dieses Hotel wieder verlassen. Ob er aus dem Hotel rausgeschmissen wurde oder ob er freiwillig gegangen ist, kann ich zu jetzigen Zeitpunkten nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du dann nachts unterwegs warst. Und um halb eins haben dich auf der Autobahn noch irgendwelche Hater verfolgt. Rainer, du kannst... Rainer glaubt wirklich, ach, weißt du was, ich lade die Videos einfach zwei Tage später hoch, dann weiß ja niemand, wo ich bin. Ich kann ja jeden Tag woanders sein. Nee, du Pfeife. Hör mir mal zu. Wenn du wirklich vorgehabt hättest, durch die Gegend zu reisen und unerkannt zu bleiben, dann hätte ich mir ein günstiges Auto gekauft, das an jeder Straßenecke steht. Irgendein scheiß silberner VW Passat. Ach nee, warte, du bist ja ein großer Kerl, du brauchst ja ein bisschen Platz. Was ist denn so ein Ding, was man an jeder Straßenecke sieht? So ein Billig-SUV, so ein Dacia Duster oder so in schwarz, der an jeder Straßenecke steht. Dann hätten die Leute mal geguckt. Aber nein, du brauchst natürlich die große Performance-blaue Badass-Karre. Sodass jeder Hater, jeder Hater in ganz Deutschland, sofort, wenn er irgendwo einen Pickup fahren oder stehen sieht, erst mal einmal den Kopf dreht und sagt, ach, könnte er das sein? Ach nee, ist nicht blau. Und wenn er blau ist, dann gucken wir einmal aufs Nummernschild. Es gibt, glaube ich, extra Telegram-Gruppen, nur um dich zu suchen. Ich habe gestern auf Google Maps eine Karte gesehen, wo einfach eine Karte auf Google Maps, wo jeder eintragen kann, wenn er dich sieht. Es wird einfach in den nächsten Tagen, ganz ehrlich, natürlich wird er irgendwann einfach mal Glück haben und irgendwo in so einer Absteige sein und wir wissen einfach mal eine Nacht nicht, wo er ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es mehr Nächte geben wird, wo wir wissen, wo er ist und wo wir wissen, wo sein Auto steht, als dass wir es nicht wissen. So, wir gucken mal, wo du als nächstes auftauchst. Und vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn oder mehr ein bisschen den Eindruck. Du hättest auf dein Auto an der Seite in Leuchteschrift Drachenlord draufschreiben können. Das hätte den gleichen Effekt gehabt, Rainer. So ein Auto fährst du. Und noch eine Sirene, eine Sirene, die lauter Geräusche macht auf dem Dach. So ein Auto fährst du. Und du hättest für einen Bruchteil des Geldes, hättest du ein Auto bekommen, wovon es in Deutschland Hunderttausende gibt und das hättest du mal irgendwann irgendwo hinstellen können, ohne dass die Leute es bemerken. Aber nein, das ist groß, das ist badass, das ist performance blue. Genau das hast du gebraucht. Ein auffälliges Auto. Dass man da verschiedene Sachen dann erleben kann. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich, ich habe jetzt einfach mal so auf Pause gedrückt, jedes Mal, wenn ich auf Pause drücke, sehe ich einen Menschen, der so aussieht, als wenn er nicht viel Hoffnung für die Zukunft hat. Das strahlt dieses Video halt auch aus. Gibt es weiterhin Videos auf TikTok. Ab und zu mal. Und es gibt dann sonst natürlich weiter auf dem Hauptkanal und auch auf dem Vlog-Kanal, wie hier jetzt das Video. Das hier wird ja auf dem Vlog-Kanal hochgeladen, denke ich. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich es auf dem Hauptkanal auch hochladen soll. Weil letzten Endes ist das ein Video, das sehr wichtig ist und auch sehr einschneidend ist. Es ist sehr wichtig, dass du noch ein paar Kohlen dafür bekommst. Deswegen ist es wichtig, das auf zwei Channels hochzuladen. Ähm, ja. Ich verabschiede mich. Du Bettler. Mich von euch für heute. Ich bin schon gespannt. Ganz ehrlich, wie lange es dauert. In zwei Wochen macht er abends wieder irgendwie einen Stream von seinem Laptop aus. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis er mal wieder anfängt, ein bisschen aggressiver nach Spenden zu betteln. So, das hat er jetzt in der letzten Zeit ja weniger gemacht, weil er ja einfach genug verdient. Wenn das jetzt ein bisschen zurückgeht und er jetzt in ein paar Wochen vielleicht merkt, wie teuer jetzt plötzlich sein Leben geworden ist. Wie gesagt, ne? Er kommt aus der Ruine und die Ruine hat ihm kein Geld gekostet. Keine Miete, nur die laufenden Kosten. Der Typ hat die letzten zehn Jahre nichts fürs Leben bezahlt. Und ist von diesem zehn Jahre nichts jetzt hingegangen zu jede Nacht Hotel. Und wahrscheinlich, wenn er den ganzen Tag durch die Gegend fährt, wahrscheinlich muss er jeden zweiten Tag seinen Ranger voll tanken für 100 Euro. Das ist einfach, sein Leben ist halt so viel teurer geworden. Und das werden wir noch früh genug merken, dass er wieder richtig aggressiv anfängt, nach Geld zu betteln. Was nicht passiert ist, es gibt nur diesen einen 20-Minuten-Teil. Das ist übrigens, Rainer, solche Sachen solltest du in Videos einfach nicht sagen. Dann bin ich dann hier jetzt erstmal raus und werde dann morgen noch ein bisschen was aufnehmen. Also am 22. dann und hoffentlich kann ich euch das Ganze dann noch ein bisschen anders anbieten. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen, beziehungsweise für euch sehen wir uns heute nochmal. Aber das ist natürlich für euch vor einer Woche gewesen oder vor zwei Wochen, je nachdem, wie man es jetzt wieder natürlich anschaut. Dann haut rein, euer Drache und tschüss. Ja, der zweite Teil kam nie. Das war das Erste, was gestern kam. Ich habe euch hier mal exakt diese Stelle rausgesucht im Intro vom Spiegelort. Die wollte ich euch jetzt mal einmal zeigen, weil... Hallo? Das machen nämlich in Zukunft die Hater an deiner Fahrradtür, wenn du irgendwo mal stehst, Rainer. Die klopfen mal an und sagen, hallo. So. Roomtour, die letzte. Also wirklich, die allerletzte, Leute. Gucken wir uns mal an. Wir fangen an mit einem sinnlichen Stöhnen. Metal, Leute. Servus und ein herzliches Rekommen beim Drachen. Endlich wird es hier drin wieder ein bisschen wärmer. Ja. Wenn man sich das mal so anschaut. Gruselig. Und ja, ich schau gerade Bleach. Man muss mal überlegen, man muss mal überlegen, was für Lichtverhältnisse in diesem Raum herrschen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Endlich wird es hier drin wieder ein bisschen wärmer. Ja. Wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, ja, es ist draußen dunkel. Es ist nachts. Aber selbst dann, guckt euch mal diese Lichtstimmung davon an. Das ist ja gruselig. Ich meine, dieses helle Licht, was hinten auf die Wand macht, ist das eine von seinen Softboxen. Muss es ja bald sein. Dieses Licht kommt nicht irgendwie von einem Strahler, der oben an der Decke ist. Oder da steht irgendwie keine Ahnung, keine Lampe in der Ecke vom Raum oder so. Er strahlt einfach irgendeine Wand an, damit es hell ist. Das ist ja, ganz ehrlich, das ist ja Beleuchtung wie auf einer Baustelle. Das sieht ja aus wie, ach, ich bin doch gar nicht mit meinem Haus fertig. Ich habe mir hier so einen Baustrahler in den Raum reingestellt, damit es halt irgendwie hell ist. So hat dieser Typ gelebt in diesem Haus. Wahnsinn. Und ja, ich schreibe gerade Bleach. Ziemlich übel alles. Das war jetzt über 30 Jahre, eigentlich über 32 Jahre mein Zuhause. Es tut mir ein bisschen leid für die Sachen, für die Leute, die das hinterher sauber machen, beziehungsweise ausräumen. Das Haus wird ja wahrscheinlich abge... Keine Sorge, Rainer, das sind Profis, die werden dafür bezahlt. Das ist deren Job. Ich lasse ihn mal auf 1,25 laufen, einfach weil wir hier jetzt ein bisschen durchkommen müssen. Und es gibt halt wirklich nicht viel Interessantes zu sehen. Und man versteht ihn ja auch so, ihr wisst. Gerissen. Das ist mir ehrlich gesagt an sich ziemlich egal. Äh, ja. Jetzt gibt es noch einige Sachen, die ich noch im Haus lasse. Also, das da drüben zum Beispiel ist alles aussortiert. Die Kitt, die Kartons, äh, die... Die Kartons. Äh, nicht die Kartons, sondern die Schubladen sind so größtenteils leer. Höchstens noch mit Kleinigkeiten, die mich nicht mehr interessieren, die ich nicht mehr brauche. Ein paar Kleinigkeiten sind noch hier. Wie mein Zitronentee oder meine Senseo, die nehme ich morgen mit. Ja, äh. Das hier lasse ich hier, das geht sowieso nicht richtig. Genau. Ist, ist, ist das da unter der, unter der Decke? Ist das die legendäre Kinderdisco? Irgendwann funktionierte sie nicht mehr, aber, äh, ich meine, ganz ehrlich, da hoch und die abnehmen kommen. Lässt er einfach an der Decke hängen. Irgendwann wird das Haus eh verschrottet, ne? Äh, Laptop rendert gerade, äh, das Video, was am Montag kommen soll. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video hier hochlade, weil, äh, theoretisch gesehen nehme ich dieses Video jetzt in meiner letzten Nacht hier auf. Was heißt theoretisch, denn in der Praxis auch. Ähm, ich nehme das Video in meiner letzten Nacht hier im Haus auf. Das heißt, das Video, was er in der Woche am Montag aufgenommen hat, hat er jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag, eine Woche später, jetzt, jetzt gerade rendert das. Ich gehe mal davon aus, dass er von dem Video spricht, das wir uns gerade angeguckt haben. Ich bin dann mal weg. So. Hat er jetzt in der letzten Nacht noch gerade so gerendert. Also der hat ja wirklich alles just in time gemacht. Wir haben hier jetzt 23 Uhr vier. Es ist also mein letzter vollständiger Tag, äh, den ich jetzt hier verbracht hab. Es ist noch Sonntag. Ähm. Zu dem Zeitpunkt wusste Hater Deutschland noch gar nicht, was an diesem Montag auf sie zukommt. Genau. Hier ist mein Schlafzimmer. Auch hier sind die Poster alle weg, bis auf die, die ich zurückleiste. Viele von euch werden dieses Bild gesehen haben. Auf, auf Twitter oder in Telegram-Gruppen oder sonst irgendwo. Ähm. Ne, ich meine, das ist ein Schlafzimmer. Da hatten wir ja wirklich, ähm, da hatten wir ja wirklich eigentlich nie einen Einblick drin, ne? Ähm. Da unten, hab ich, hab ich hier einen Mauszeiger? Ja. Da. Viele von euch werden ein Bild davon gesehen haben. Viele von, viele haben spekuliert, was das ist. Ich, ich denke, es ist, äh, also ich persönlich denke, es ist eine aufblasbare Puppe. Sie sieht eindeutig männlich aus. Und aus irgendeinem Grund hat die einen zuge, hat die einen mit Tape zugeklebten Mund. Ich hoffe, dass dieses Geheimnis zusammen mit dem Haus verschrottet wird. Lassen wir das. Das, das ist sein, das ist sein Schlafzimmer, ne? Das ist sein Schlafzimmer. Und wir sehen hier übrigens auch, das hier ist ein Steppbett. Aber man kann sehen, man kann diese Nähte sehen, die die haben, weil die bestehen ja aus einzelnen Kammern, ne? Das heißt, das hier ist ein Steppbett, aber da gehört eigentlich noch ein Überzug drüber. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Rein hat einfach so darin gepennt. Diese Überzüge, die muss man ja am Ende waschen. Ist ja vollkommener Quatsch. Man kann sie ja auch einfach so, das ist ja auch einfach so eine Decke. Kannst du dich mit zudecken irgendwie. So ein Überzug da drüber, ne? Klasse. Genau. Das ist, das ist der Schrank. Der Schrank des 16-Jährigen, der richtig auf Drachen steht. Den Schrank lasse ich auch zurück. Da ist jetzt auch nicht wirklich noch was drinnen, was ich behalten möchte. Doch, ist es schon. Das nehme ich aber alles morgen noch mit. Das ist sein Schlafzimmer, ne? Müsste mal überlegen. Da hat der Typ jeden Tag drin geschlafen. Und wahrscheinlich auch mit geschlossenem Fenster, weil sonst hört man ja draußen die Hater oder so. Gut, dass YouTube-Videos noch nicht riechen können. Ich möchte diesen Raum nicht riechen. Genau. Davon abgesehen, bin ich mit allem eigentlich soweit durch. Genau. Die Bedwash-Werker brauche ich natürlich heute Nacht nochmal. Ja, dann sind wir hier auch durch. Dann schauen wir mal kurz. Wir machen jetzt mal noch eine kleine Runde durchs Haus. Ich persönlich habe die starke Vermutung. Wir machen mal die Tür zu, damit es hier nicht kalt wird. Ich für meinen Teil habe die starke Vermutung, dass es jetzt mehrere Optionen gibt. Entweder die Hater reißen die Hüte ab, indem sie es abfackeln. Oder etwas ähnlich Verheerendes wird passieren, indem sie halt das Haus abfackeln, indem sie hier einbrechen. Ich vermute mal, es wird auch mehr als einen Hater geben, der hier wahrscheinlich einbrechen wird und dann hier mit irgendwelchen Roomtouren durchs Haus gehen wird. Ja, ich denke mal, da werden wir noch einige Videoschnipsel von sehen. Da wird bestimmt der ein oder andere mal vorbeigehen, sich doch ein kleines Souvenir holen. Aber wie gesagt, ich gehe immer noch fest davon aus, die Gemeinde wird das Ding nicht lange stehen lassen. Das ist relativ schnell weg. Wo er sich alles nochmal anschaut. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde kurzerhand das Ganze jetzt selbst nochmal in die Hand nehmen. und werde einfach nochmal unverschönt alles zeigen. Er wird unverschönt alles zeigen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Er möchte uns unverschönt alles zeigen. Behalte das mal im Kopf und überleg mal am Ende des Videos, wie viele von diesem Haus gesehen haben. Während ich jetzt hier durchlaufe. Wie gesagt, es sind jetzt über 32 Jahre. Da sind aber auch noch einige Poster an der Wand, Rainer. Willst du die nicht mitnehmen? Die guten Drachenposter? Die ich jetzt hier verbracht habe. Aber ich muss noch dazu sagen, ganz ehrlich, es ist für mich nicht ansatzweise so schwer, das Haus zu verlassen, wie viele vielleicht glauben. Ich muss dazu auch sagen, dass ich schon im Jahr 2000, warte, lass mich kurz überlegen. Ich muss jetzt echt überlegen gerade. Ich weiß nicht mehr, ich glaube es war im Jahr 2016 schon. Da habe ich schon beschlossen, dass meine Zeit hier zu Ende ist. Ich habe da noch ein paar Jahre gebraucht, um es endgültig umzusetzen. Hast du noch ein paar Jahre auf der Straße gestanden und hast Hater angeschrien mit, ich habe ein Haus, was hast du zum Beispiel. Also ich denke mal auch, dass dieses, was er gesagt hat, ja, für mich ist es ja gar nicht so schlimm, hier auszuziehen. Ich habe ja damit schon vor einer Weile abgeschlossen, dass das auch einfach in seinem Kopf ein Schutzmechanismus ist, dass er sich das selber einredet. Ja, hier mein Badezimmer, hier sind natürlich noch ein paar Rensilien, die ich noch mitnehmen will, ein bisschen Wäsche, ja, hier noch ein paar Sachen, meine Zahnbürste natürlich, der Spiegel, den ich damals mit der Faust zertrümmert habe, von der ich meine Narbe habe an der Hand. Also hier am Finger habe ich die Narbe, wo ich die Faust reingehauen habe. Ja, hier am Gang stehen noch meine Flaschen. Du Flasche. Genau. Und hier drinnen, ja, liegt vor allem ein bisschen Müll. Ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren schon immer sehr geschludert, aber jetzt, wo ich hier rausgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ganz besonders faul und habe noch mal wirklich viel im Haus gemacht. Hätte vielleicht ein bisschen mehr und besser machen können, aber ganz ehrlich. Falls ihr es vergessen habt, wir befinden uns in einer Roomtour und er möchte uns eigentlich das Haus zeigen. Das könnte man vergessen, weil nur er im Bild ist. Ich habe eh nicht so ewig viel Platz gehabt für meine Sachen, die ich jetzt hier mitnehmen wollte. Ich habe noch ein paar Tassen und Gläser in meiner Waschspülmaschine, die werde ich morgen noch aussortieren und mitnehmen. Das Zimmer kann ich euch gerade gar nicht zeigen, da muss ich nachher die Lampe holen, weil da habe ich nämlich aktuell gar kein Licht drinnen. Da ist nämlich die Lampe schon seit Jahren kaputt. Ich habe die jetzt nie ersetzt. Hier halt noch der Gang. Die ist seit Jahren kaputt. Seit Jahren. Genau. Dann gehen wir mal nach oben. Wie gesagt, das ist an der Sicherzeit wirklich was, was mich belastet. Das Einzige, was mich wirklich belastet gerade. Huch, wieder unscharf. Das Einzige, was mich wirklich belastet ist, das ist hier wirklich so ausschau wie Schwein. Okay. So ein Quatsch. Wenn er am nächsten Tag weg ist, wenn er alles aus dem Haus rausgeschafft hat, was für ihn wichtig war, nach mir die Sinnflut. Das hat er doch eh schon gemacht irgendwie. Das sagt er jetzt fürs Video. Ja, es ärgert mich halt eigentlich schon, dass es hier ein bisschen dreckig ist. Nee, nee, warum? Also das ist ja nachvollziehbar. Das wäre es halt auch für mich, wenn ich mal in diese seltsame Lage komme, wo ich sage, mir hat noch irgendjemand, keine Ahnung, genug Geld für mein Haus gegeben, der übernimmt das so vollkommen egal und ich schaffe alles raus, was für mich wichtig ist und der Rest ist halt einfach Müll, dann ist das doch, der Müll ist doch dann das Problem von jemand anderem. Also das ist ja so ein Punkt, da könnte er wirklich sagen, da könnte er wirklich sagen, vollkommen egal, macht er aber nicht, weil er natürlich die Haterstimme in seinem Kopf dann sagt, die Hater würden sagen, du bist ein kleiner Dreckspatz. Ja, hier ist halt mein Gang, das Zimmer meiner Schwester, was ich jetzt lange als Ankleidzimmer benutzt habe. Hamster ist ja schon lange nochmal da. Er droppt jetzt auch nochmal so ein paar richtige Klassiker, ne? Also erstmal das Zimmer deiner Schwester, ähm, ja, hat er als Ankleidzimmer benutzt, ne? Hat er als Ankleidzimmer benutzt. Hat er sich Klamotten genommen, die er anziehen wollte, ist dann die Treppe nach oben gewongelt in sein Ankleidzimmer, hat sich da angezogen und ist wieder runtergewongelt. Ganz bestimmt. Und die Hamster, die sind ja schon lange nicht mehr da. Ja, die Hamster gehörten auch leider zu diesem Haus dazu. Jetzt muss ich mal eben was gucken. What it? Äh, okay. Das sollte er hinhauen. Er hat gerade auf irgendwas rumgetippt. Man konnte hören, dass er gerade irgendwelche Tasten gedrückt hat, da oben in seinem Obergeschoss. Was war das denn? So, genau. Das hier ist mein Kinderzimmer gewesen. Ähm, hier drin haben wir viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mir jetzt nicht die beste Zeit ausgesucht, um hier zu filmen, weil halt alles dunkel ist. Er hat doch auf, er hat doch, als er reingekommen ist, hat er doch auf einen Schalter gedrückt. Und da ist halt trotzdem, trotzdem ist es halt irgendwie nicht hell geworden oder so. Das hier ist auf jeden Fall eine Ja-Verpackung. Irgendwas Quadratisches. Ne, keine Ahnung. Eine Pizza oder so. Keine Ahnung. Diese Ja-Pizza, wo drei Pizzen drin sind. Margarita, drei Stück für 2,29 oder so. Liegt da doch einfach mal hier oben. So ein Pizzakarton, ne? Ja. Ziemlich weit weg von der Küche, möchte ich sagen. Oder vielleicht war es auch ein Kuchen. Ein paar Sachen rum. Genau. Der. Die Sachen hat er auf jeden Fall mitgenommen. Hm. Ich gehe davon aus, alles, was ich in diesem Video sehe, ist jetzt noch in diesem Haus und in ein paar Wochen Schrott. Gefühlsschrank ist inzwischen leer. Das heißt. Aber läuft noch. Ist noch angeschlossen. Ist noch Licht drin. Kein Problem, Rainer. Ich glaube, den Strom muss er halt auch eh nicht mehr bezahlen, ne? Den Strom bezahlt, glaube ich, schon die Gemeinde. Passt schon. Lass mal an. Ist zwar leer, aber lass trotzdem laufen. Bis auf ein paar gefrorene Sachen. Ja. Wie gesagt, jetzt ist nicht wirklich mehr viel los. Ich bin ein bisschen K.O. heute. Ja, in deinen Lungen ist auch nicht mehr viel los, wenn ich das so höre. Aber es ist auch nichts Neues momentan. Genau. Hier drinnen ist alles Badezimmer hier oben. Das Fenster, was die Hälter eingeschlagen haben. Genau. Kamera, die kommt natürlich mit. Ach, die Kamera, die kommt noch mit. Dann muss er aber Montag, dann muss er aber Montagvormittag noch einige Sachen eingepackt haben, bevor sie ihn rausgeschmissen haben. Ob der alles noch so mitbekommen hat. Ich höre immer, ich muss das noch mitnehmen, ich muss das noch mitnehmen. Da in der Schublade ist noch irgendwas. Der hat im Leben nicht alles mitgekommen. Mal abgesehen davon, wozu will er die Kameras mitnehmen? Wozu? Will er noch eine Kamera anschrauben an den Ranger? Dann haben wir hier das Zimmer. Kennt ihr vielleicht noch? Hier hat im Prinzip alles angefangen damals. So in der Perspektive ungefähr. Das war damals die Position von meinem Kommt euch da zu mir Video. Wahnsinn. Er holt wirklich nochmal die guten alten Sachen raus. Was man halt so macht, ist ja klar, am letzten Tag, bevor du da raus musst, ich meine, jeder Mensch würde da irgendwie melancholisch werden. Ich meine, ich wohne jetzt hier in dieser Wohnung, lass mich mal überlegen, im September, dieses Jahr im September wohne ich dann fünf Jahre hier in dieser Wohnung. Das ist jetzt auch nicht so. Das ist jetzt auch nicht der Ort, an dem ich groß geworden bin oder so. Aber wenn ich hier jetzt ausziehen würde, hätte ich auch so ein paar Erinnerungen an Sachen, die ich halt in dieser Wohnung gemacht habe. Ist klar. Ich meine, mal abgesehen vom Elternhaus. Ist klar. Mein Elternhaus befindet sich Gott sei Dank noch im Besitz meiner Familie. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und das ist eine schöne Sache irgendwie. Oder man nimmt das Haus, wo die Eltern drin gewohnt haben, wo schon die Großeltern drin gewohnt haben und macht es in zehn Jahren kaputt. Sodass es jetzt einfach nicht mehr, dass es in ein paar Wochen, wahrscheinlich in ein paar Wochen, einfach nicht mehr existieren wird. Ist halt schon ein bisschen traurig, ne? Ach ja. Aber es ist für ihn ja gar nicht so schwer, dieses Haus zu verlassen, als wir glauben. Wir glauben das ja nur. Das ist für ihn ja gar nicht so. Ich glaube, ich denke mal, der hat sich gestern in sein Auto gesetzt. Wir werden ja gleich auch noch den Vlog gucken, wo er losgefahren ist. Der hat sich in sein Auto gesetzt und hat sich gesagt, ach, weißt du was, jetzt bin ich die Hater los. Jetzt ist ja alles gut. Ich denke mal, das wird ein paar Tage, vielleicht wird das sogar ein paar Wochen dauern, bis er irgendwann mal abends zum, keine Ahnung, in dem fünften verschiedenen Hotelzimmer in fünf Tagen sitzt, dass ihn mal langsam so dämmern wird, dass es doch eigentlich ganz schön ist, einen Ort zu haben, wo man einfach jemanden kennt und wo man einfach jeden Tag hinkommen kann. Dass ihm dieses Haus fehlen wird, das muss ihm erstmal noch dämmern. Das braucht ein bisschen Zeit, aber der wird sich noch an diesen Ort zurücksehnen. Wow, guck mal an, es ist ja regelrecht hell. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja mein Schlafzimmer. Die Hater haben mir wirklich viel missgebaut. Er ist im Inneren seines Hauses. Er ist in seinem Haus und guckt sich um und seine erste Reaktion ist, ja, die Hater haben aber ganz schön viel Scheiße hier gebaut. Weil das ja seine Reaktion auf alles ist. Er guckt irgendwas an, irgendwas ist nicht richtig, die Hater sind schuld. Davon abgesehen, ja. Ich glaube, die Hater sind schuld, dass Rainer letzte Nacht keine besonders ruhige Nacht in einem Hotel hatte. Das war eigentlich erst... Netzer brauner Fleck an der Wand, Bro. Wohnzimmer geplant. Man sieht, ich habe hier wirklich versucht, auch was zu reißen. Ich habe noch viel versucht zu machen. Schlimme gibt es hier keinen. Ich habe noch viel versucht zu reißen. Nee, Rainer, ich kann mir eine Roomtour von vor fünf Jahren angucken und weiß, dass du nicht versucht hast, viel zu reißen. Das ist alles Wand. Aber das ist von den Hatern, die immer so gesagt haben. Schimmel, Rainer. Das ist eine schimmelige Bude und es ist gut, dass sie wegkommt. Es gibt so viele Bilder aus alten Roomtouren, wo man das einfach sehen kann. Auch diese Wand, wo er gerade hingezeigt hat, da konnte man auch früher schon sehen, da konnte man auch früher schon sehen, dass unter dem Fenster einfach Schimmel war. Also wir wissen, dass das ein schimmeliges Haus ist, Rainer. Das brauchst du nicht verneinen. Was soll man dazu groß sagen? Und das Einzige, was ich wirklich vermissen werde, hier in dem Haus, das kann ich euch natürlich jetzt nachts über nicht zeigen, das Einzige, was ich wirklich vermissen werde, ist dieser Ausblick. Er ist jetzt gerade oben in dem Badezimmer. Das heißt, er guckt jetzt gerade den Berg runter, die Straße runter. Das ist so dieses, ich meine, das ist dieses kleine Fenster, wenn man unterhalb der Schanze auf dieser Kreuzung gestanden hat und er aus dem kleinen Fenster rausgebrüllt hat. Das war dieses Fenster. Das müsste eigentlich dieses Fenster sein. Egal zu welcher Jahreszeit und egal zu welchen Situationen, zu welchen Situationen. Das hier war immer mein Platz, wenn ich nachdenken wollte. Dann warst du ja nicht sonderlich oft da. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt schönere Orte im Haus und auch in der Umgebung, aber ich habe mich immer hier hingestellt, habe in die Ferne geguckt und habe von Sachen geträumt, die ich mir nie leisten konnte oder die ich mir nie erreichen könnte. Wie Frauen zum Beispiel? Hast du von Frauen geträumt? Auf der anderen Seite habe ich auch viele Sachen damals natürlich überlegt. Viele Videoideen sind hier entstanden und ja. An diesem Fenster stand er, hat rausgeguckt in die Ferne und hat sich gesagt, ich mache noch mal ein Hater-Video. Auf jeden Fall. Aber abgesehen davon, also jetzt, wo er das sagt, Leute, wie gesagt, oben auf diesem Berg, es ist halt echt, es ist halt echt eine hübsche Gegend. Und auch, ich kann mir vorstellen, dass wenn man da oben in dem Haus steht, aus dem Fenster guckt, dann kann man den gesamten Berge runtergucken bis quasi unten da, wo diese kleine Ansammlung von Häusern ist, die irgendwie Neuschauerberg ist. Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass man da oben von dem Berg aus relativ weit gucken kann, wenn das Wetter gut ist. Es ist halt einfach eine schöne Gegend. Der Altschauerberg ist ein schöner Platz, um da zu wohnen. Wenn man kein Hageldommer Knallkopf ist, ist, der sein ganzes Leben versaut. Es gab wirklich, man merkt auch, es ist arschkalt, es gab wirklich viele Zeiten, die ich hier verbracht habe. Ein kleiner Funfact am Rande, als... Ich weiß nicht, ob der lustig wird. ...zehn, als acht- oder neunjähriger, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, ich habe geheult aus irgendeinem Grund, ich habe mich mit meiner Schwester oder so gestritten, ich weiß das nicht mehr. Und ich war hier gesessen, oder hier gestanden, so, und da kam eine Biene vorbei und ich war irgendwie angepisst und wütend und traurig und habe geheult und dann ist so eine Biene hier so an der Lippe hin vorbeigeflogen und ich war so angepisst, dass ich da voll drauf gehauen habe, obwohl ich wusste, dass es eine Wespe ist oder eine Biene und ich bin so allergisch, ich bin auf eine Art und Weise allergisch, dass ich anschwille. Weil natürlich würde jetzt jeder sagen, ja, jeder schwillt an, wenn er von der Biene gestochen wird, aber bei mir ist es immer besonders schlimm gewesen und die haben mich dann voll in die Lippe. Rainer ist ein besonderer Mensch, also schwillt er auch besonders an. Ich bin gestochen und ich konnte deswegen auch am nächsten Tag tatsächlich nicht mehr zur Schule gehen. War bizarr, aber ja, wie auch immer. Es ist letzten Endes wirklich so, dass es nicht einfach ist mit diesem ganzen Mist und egal, was ich so in meinem Leben alles erlebt habe und was ich alles so erreicht habe oder was ich vielleicht noch erreichen werde. Es ist wirklich eine Schande. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe meine Linse angehaucht. Nee, doch nicht. Es ist wirklich eine Schande, dass ich meine meine Zeit, die ich hier verbracht habe, nicht hätte bis zu meinem Ende mitmachen können. Es ist so, dass einfach viel zu viel dagegen gesprochen hat. Ich meine, ich habe mich immer irgendwie unwohl gefühlt hier. Ich bin immer irgendwie von Leuten hier nicht akzeptiert worden. jetzt ist es natürlich auch die Leute, die Leute haben ihn ja nie akzeptiert. Von meiner Verwandtschaft teilweise nicht. Weil du schon immer ein unausstehlicher, unangenehmer, toxischer Mensch warst. Weil das Narzissten halt nun mal so sind. Dass du das ins Internet rausplärst, ist halt so eine Sache. Mutter und Schwester sind schon, haben fluchtartig das Haus verlassen, bevor er mit YouTube angefangen hat. Daran sind natürlich heute bei ihm die Hater schuld. Nein, er war einfach schon immer ein unangenehmer Mensch und mit ihm zu tun zu haben, war schon immer irgendwie toxisch. Und deswegen hat er sich nie willkommen gefühlt da. Das ist mir letztendlich. Und ich meine, das, was Rainer heute an den Tag legt, selbstverständlich im Internet, hat er wahrscheinlich auch in seinem echten Leben vorher schon an den Tag gelegt. Dass er immer nur bei Leuten angekommen ist, wenn er was von Leuten gebraucht hat. Und wenn andere Leute mal was gebraucht haben, dann hat sich Rainer aber rar gemacht. Dann ist es an sich auch eigentlich egal. Und wenn du so in Bayern auf einem kleinen Ort lebst, das finden die Leute nicht geil. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass in so einer Gemeinschaft wie im Alt-Schorberg oder so, wenn man beim, wenn du wirklich in so einem kleinen 40-Seelen-Ort lebst, wenn man bei meinem Nachbarn, wenn man bei meinem Nachbarn im Garten irgendwas ist, gehe ich mal vorbei, gehe dem mal eben kurz zur Hand und wenn das nächste Mal bei mir was ist, dann gehe ich mal eben kurz zur Hand. So ist es halt noch auf dem Land. Das kann man halt schon machen. Und wenn da der eine, wenn da der eine lebt, der, wo alle genau wissen, der ist stinkenfaul, auf den kann man einfach nicht setzen, dann wirst du halt auch, wenn irgendwas ist, nicht gefragt. So. Und dann ist es in Rainer halt, ja, die Leute hier haben mich auch nie, die wollten mich auch hier irgendwie nie haben. Aber die gleichen Gründe, die gleichen Gründe, warum Rainer, ja, eine verhasste Person im Internet ist, ist halt auch der Grund, warum er im echten Leben vorher gemieden wurde von echten Menschen, weil er halt einfach eine unangenehme Persönlichkeit ist, mit dem man am besten einfach nichts zu tun hat. Das ist die Wurzel all diesen Problems. Also ich bin schon immer ein Einzelgänger gewesen, damals wie heute. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon traurig, weil es ist mir auch erst vor ein paar Tagen bewusst geworden. Eigentlich hatte ich, als ich mit YouTube angefangen habe und irgendwann gemerkt habe, ich kann davon Geld verdienen oder damit Geld verdienen, war damals mein Plan, damit so viel Geld zu verdienen, dass ich mein Haus und mein Hof und mein Grundstück alles schön renovieren kann. Und ja, eigentlich war es dafür gedacht, dass ich einfach das Grundstück, das ich von meinen Eltern geerbt habe oder von meinem Vater geerbt habe und das durch meinen Großvater und meine Großmutter dann an mich übergangen ist, damit ich das alles halten kann, damit ich das herrichten kann, damit ich das alles schön machen kann, damit es alles schön bleibt und so weiter. Und vielleicht auch hier und da ein paar Ideen umsetzen, vielleicht so ein bisschen Entspannungsergie und so weiter. Das japanische Bad vielleicht? Ja, es gab einfach viel zu viele Menschen, die da dagegen waren. So ein Bullshit. Wahnsinn. Jetzt mal ohne Scheiß. Als er bemerkt hat, dass er mit YouTube Geld verdienen konnte, wann war Rainer denn an einem Punkt, an dem er mit YouTube genug Geld verdient hat? Das war doch erst, das war doch erst, keine Ahnung, Leute, spät 2019, ach wenn überhaupt, Mitte 2020 oder so, wo er plötzlich diesen Schub mit 100.000 Abos hatte, wo er dann plötzlich angefangen hat, Geld zu verdienen. Der hat doch, selbst 2019 hat, konnte der noch seine Sachen doch nicht bezahlen. Damals mit YouTube, die ersten fünf Jahre hat er nur Schulden gemacht. Der wollte einfach nur in seiner Wohnung hängen und in seinem Haus rumhängen und den ganzen Tag nichts machen und rumgammeln und ach, was interessiert es mich, dass ich Stromschulden habe, solange ich mir noch Tiefkühlpizza kaufen kann. So, das war es. Und jetzt sagt er, ja, damals, als ich bemerkt habe, dass ich mit YouTube Geld verdienen konnte, als er angefangen hat, mit YouTube Geld zu verdienen, war alles schon vorbei. So, vorher ist er fünf Jahre gegen die Wand gelaufen. Und die Leute sind nur zu dir gekommen, die Leute haben dir nur Views gegeben, weil sie beobachten wollten, was du als nächstes für eine dumme Scheiße machst. das ist halt, du hast dieses Leben, was du hättest haben können, hast du eingetauscht gegen ein paar Kohlen von YouTube und guck mal, wie weit es dich gebracht hat. Jetzt lebst du in deinem Auto und die Leute jagen dich durch ganz Deutschland. So, und dann, jetzt kommt er an mit, ja, er hätte ja gerne und das Haus seiner Eltern, das Haus seiner Großeltern, er hätte ja gerne einfach nur dieses Haus gehalten und hätte einfach nur das gemacht. Aber es gab so viele Leute, die dagegen waren. Nein, er hat sich dazu entschieden. Rainer, such dir einfach einen ganz normalen Job, irgendeinen, ganz ehrlich, irgendwas, was du hättest machen können. Heutzutage kann er das gar nicht mehr machen, weil der Typ einfach kaputt ist. Aber Anfang 20, irgendein Hilfsarbeiter-Dully-Job, da kannst du deine, da kannst du deine 1500 Euro im Monat verdienen. 1300 Euro reicht schon, wenn du irgendwo umsonst leben kannst, wenn du dein eigenes Haus hast, niemals Miete bezahlen musst. So, hättest du mit 20 Jahren angefangen, irgendwo zu arbeiten, irgendwelche einfachen Jobs zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen, weißt du, die nächsten 20 Jahre immer mal wieder, immer mal wieder, ich weiß es nicht, ein paar hundert Euro im Monat beiseite legen. Dann kannst du immer nach und nach ein bisschen was an diesem Haus machen. In 20 Jahren bist du einmal, hast du einmal komplett das Haus durchrenoviert, in kleinen Schritten und dann kannst du da alt werden. Er hatte diese Chance und er hat sich das alles versaut, einfach nur, weil er, weil er ein fauler Schmarotzer ist, der einfach nie in seinem Leben richtig arbeiten wollte und der sich einfach nur auf seinen Arsch setzen wollte und mit Geld beschmissen werden. Und das hat es ihn jetzt gebracht. Das Haus der Familie, das Haus der Familie, Generation, da lebte es schon, seine Großeltern lebten schon in diesem Haus, hat er alles kaputt gemacht und jetzt steht er hier mitten in der Nacht an seinem Klofenster und erzählt mir, er hätte doch so gerne, aber es gab so viele Leute, die dagegen waren, so viele Leute, die einfach dagegen waren, dass er doch einfach nur sein Leben lebt. Ganz genau, Dicker, ganz genau. Eine Schande ist das, was du, das ist, heute ist auch mal der Tag zu sagen, es ist eine Schande, was du mit diesem Haus gemacht hast. Ich habe auch viel zu wenig Unterstützung in die Richtung, dass es dann auch irgendwann mal so am Ende kommen konnte. Also war es eigentlich vorherbestimmt und vorherprogrammiert, dass es so nach hinten losgeht. Ja, natürlich, es war vorherbestimmt. Er nimmt sich selber einfach komplett aus dieser Gleichung raus. Es war vorherbestimmt, es kann ja nie, er hatte ja nie die Chance, irgendwas daran zu beeinflussen. Das passiert ja auch random anderen Leuten, ganz bestimmt irgendwo in Deutschland. gibt es ja bestimmt Leute, die einfach random von irgendwelchen Leuten gehatet werden, solange bis ihr Haus kaputt ist. Ist ja klar, das war vorherbestimmt. Was soll ich dazu groß sagen? Ich habe hier jetzt seit 32 Jahren gelebt. Das ist mein gesamtes Leben. Ich bin nie weit von zu Hause weggekommen und mein Plan... Gestern bist du zumindest schon mal bis Frankfurt am Main gekommen. Es ist ja jetzt mal viel herumzureisen und eigentlich gar nicht mehr viel zu Hause zu sein. Naja, am Ende... Du hast kein Zuhause mehr. Viel rumzureisen und gar nicht mehr zu Hause zu sein, du hast kein Zuhause mehr. 24 Stunden, nachdem du dieses Video aufgenommen hast, hast du kein Zuhause mehr. Du hast keinen Ort mehr, zu dem du zurückkehren kannst. Du bist jetzt ein Vagabund. Bin ich wahrscheinlich einfach nur ein Idiot, der am Ende unter der Brücke schlafen wird. Ja... Also Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Vollkommen unabhängig davon, ob man einem anderen Menschen etwas Böses wünschen möchte oder nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Rainer irgendwann wirklich keine Wohnung, kein Haus irgendwo unter der Brücke pennt, kann dann irgendjemand sagen, dass er das nicht verdient hat? Also wenn das überhaupt irgendein Mensch verdient hat, dann vielleicht eher. Also ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo mit jemandem spreche, mit einem Obdachlosen, der gerade uns in einer Brücke pennt und ich frage dem, sag mal Digga, was ist in deinem Leben passiert? Scheiße gelaufen. Dann erzählt er mir keine Ahnung, dann erzählt er mir vielleicht Geschichten von wegen so... Was sind denn so diese Geschichten? Weiß ich nicht. Eltern waren scheiße. Der ist als Jugendlicher durch Pflegefamilien durchgegangen. Er ist mit 16 einfach abgehauen. Hat angefangen, Drogen zu nehmen. Sonst irgendeine Scheiße. Das sind schlimme menschliche Schicksale. Aber da sage ich noch, da sage ich noch, okay, einen beschissenen Staat im Leben gehabt und ein beschissener Staat führt dann zu einem beschissenen Leben. Aber hier sehen wir zum Beispiel jemanden, der hat sich das wirklich ausgesucht. Der hat sich das wirklich ausgesucht. Ein paar Entscheidungen anders fällen mit 20. Sich mit 20 mal hinsetzen in sein eigenes Haus, was man geerbt hat. Sich mal hinsetzen und mal überlegen, wie schaffe ich es denn jetzt, daraus das Beste zu machen? Oder man stellt sich hin und sagt, wisst ihr was, ich bin viel geiler als alle anderen Leute. Ich bin viel schlauer als alle anderen Leute. Ich habe das jetzt verdient, dass ich mein Leben lang nicht arbeiten muss. Ich werde einfach YouTuber. Und darin endet das jetzt. Und vielleicht, vielleicht irgendwann in vielen Jahren endet das damit, dass er unter einer Brücke sitzt. Ich kann am Ende meines Lebens sagen, dass ich eigentlich ein recht gutes Leben hatte. Ich hatte... Ganz ehrlich, das Schlimme ist, dass ich fast glaube, dass er das wirklich glaubt. Eltern, die mich liebten. Ich habe eigentlich, mal abgesehen von meinem Übergewicht, einen gesunden Körper gehabt. Also kurz gesagt... Der ist mit... Auch Kameraperspektiven, ne? Mit 32 zu sagen, ich habe einen gesunden Körper gehabt. So, gehabt. Mit Wasser in den Beinen. Und offenen Stellen an den Beinen, die nicht mehr zuheilen. So. Lassen wir das, lassen wir das. Ganz ehrlich, du kannst mit 32, kannst du nicht sagen, ich hatte Glück mit der Gesundheit. Mit 62 kannst du sagen, hey, ich hatte Glück mit der Gesundheit. Ich bin jetzt noch einigermaßen gesund, wo andere Leute in meinem Alter schon, ich weiß nicht, das erste Mal Krebs hatten oder wo irgendwelche Altersleiden oder so anfangen. Mit 32 zu sagen, oh, ich hatte schon Glück in meinem Leben mit der Gesundheit. Mal abgesehen davon, dass dieser Typ nicht Glück hatte mit seiner Gesundheit bei seinem aktuellen Zustand. Aber das ist ja auch alles, weiß ich nicht, das ist ja auch alles, nicht Fantasie, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Das ist ja auch alles Selbstschutz, dass er sich das selber noch einredet. So. Mal gucken, wie du gleich außer Puste bist, wenn du mal wieder unten an deiner Treppe ankommst. Du mit deiner guten Gesundheit. Ich habe keinerlei Probleme mit irgendwelchen Krankheiten. Noch nicht. Ich hatte zwar in meiner Schulzeit oft Probleme mit Kreuzschmerzen, die aber von meiner Schultasche her rührten. Das ist mir auch erst Jahre später klar geworden. Ihm ist das klar geworden, ne? Dr. Winkler hat eine Diagnose gestellt, das lag ja bestimmt daran. Das hat ihm nicht irgendjemand gesagt, da ist er selber drauf gekommen. Und auf der anderen Seite habe ich einen recht starken Körper gehabt, unabhängig von meinem Gewicht natürlich. Ich bin niemand gewesen, der irgendwie jämmerlich in der Kurve hing und irgendwie immer nur machen musste. Außer in den ungefähr 738 Videos, die er in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die er angefangen hat mit mir geht's heute nicht gut, Livestreams, die er abgebrochen hat, weil er Kopfschmerzen bekommen hat oder sonst irgendwie sowas. Aber sonst, es ging ihm ja nie schlecht und er hat ja auch niemals rumgeweint, wenn es ihm schlecht ginge, ne? Ist klar. Das machen ja nur Hater. Ich hab's letzten Endes geschafft. Letzten Endes. Und zwar wirklich letzten Endes. Rainer, dieses Haus letzten Endes. Du auf der Straße letzten Endes. Mein Leben so zu führen, wie ich es wollte. Das ist das letzte Ende, mein Freund. Und am Ende ist es jetzt so, Und das ist übrigens das Ende der Roomtour, falls ihr euch fragt. Wir sind jetzt bei 15 Minuten von 34. So, das ist jetzt die Kameraperspektive, die wir jetzt haben. Und jetzt geht, jetzt geht, ähm, der übliche Song los, Leute. Spielt die gleiche Nummer nochmal. So, das war jetzt die Roomtour. Ich hab ehrlich gesagt, gestern Abend, als wir mir das angeguckt haben, hab ich überlegt, ob ich mir, ähm, ob ich das jetzt einfach skippen soll, ob ich mir jetzt einfach die Roomtour angucken soll bis jetzt und jetzt dann gleich nochmal auf den Vlog gehe. Aber Leute, ich hab's euch gesagt, heute, heute geben wir uns alles, heute genießen wir nochmal. Das ist vor allen Dingen, er erzählt jetzt immer das Gleiche, was er schon immer erzählt hat. Immer. Aber er erzählt es jetzt zum allerletzten Mal für uns in diesem Haus. Und deswegen genießen wir das jetzt nochmal. Auch wenn's, wie immer, der gleiche Song ist. Dass ich hier bin, am Ende meines Lebens, oder nicht am Ende meines Lebens, Entschuldigung, falscher Satz, sondern am Ende meiner Zeit in diesem Haus. Ganz ehrlich, ich hab auf Twitter gelesen, irgendeiner hat auf Twitter geschrieben, Phase 1 des Drachengames war 2011 bis gestern. Bis gestern war alles Phase 1 und jetzt beginnt Phase 2. Die Schnitzeljagd. Das glaubt mal. Das Video für Montag, also für heute, Rendeb schon. Ich weiß nicht, was ich jetzt kurz noch sagen soll. Ich find's schade, dass... Ja, ich find's schade, Rainer. Ich find's schade. Ich hab letztens ein Video gesehen, wo jemand... War das der Ofenkäse? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo jemand den Grundriss von der Schanze mal gezeigt hat. Wo der Videoaufnahmen gezeigt hat und einmal einen Grundriss von der Schanze gezeichnet hat, damit man mal sehen konnte, wie die ganzen Räume zusammenhängen. Und da hab ich mir gedacht, weißt du was? Das ist doch ein feines Haus gewesen. Also jetzt mal... Natürlich ist das alles von der Bauart und von der Aufteilung der Räume her und von außen, das ist alles 70er Jahre, ist klar. Muss ja nichts Schlechtes sein. Aber ganz ehrlich, wenn man sich mal den Grundriss von diesem Haus anguckt, wie viele Räume da drin sind und so weiter. Das ist halt... Das ist halt ein... Das ist halt ein Haus, wo du easy, ohne Probleme, Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, ganz ehrlich, bei der Anzahl der Räume, es wäre sogar möglich gewesen, eine Familie mit drei Kindern da reinzubekommen. Ohne Probleme. Hast du noch einen kleinen Balkon über deiner Waschküche. Die Kinder haben einen Hof, wo sie Fußball spielen können. Du hast hinten noch den kleinen Garten, der nicht einsehbar ist, wo du noch ein Schwimmbecken hintun kannst. Ich meine, da, wo vor ein paar Jahren mal das Schwimmbecken war, ihr wisst, in diesem Schwimmbecken sind furchtbare Videos entstanden. Und ja, ganz ehrlich, wenn ich heute... Leute, wenn ich heute mit dem Wissen, was ich heute habe, ich bin ja auch schon in meinen 30ern, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre und du würdest mir die Schanze anbieten, wie sie vor zehn Jahren war, die Schanze, wie sie war, 2011, ich könnte mal da einmal durchgucken und du würdest sagen, hey, du kannst das, genauso wie es bei Rainer war, hey, du könntest das hier haben, für umsonst, kannst du erben, würdest du dieses Ding nehmen? Würde ich heute sagen, mit 20, ich hätte dieses Ding genommen. Ich hätte dieses Ding genommen, Leute. Ohne Scheiß, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Haus und ein Grundstück, das ist mietfreie Leben für den Rest deines Lebens. Und wenn du jung bist, so wie er ist, wenn du 20 bist und du kannst sagen, weißt du was, ich kann die nächsten 30 Jahre, kann ich arbeiten, die nächsten 30 Jahre kann ich jeden Monat, weiß ich nicht, 500 Euro beiseite legen, das, was normale Leute für Miete bezahlen, dann kannst du dieses Haus auch innerhalb von 30 Jahren nochmal einmal komplett auf links ziehen. Ganz ehrlich, dieses Haus, als er das übernommen hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt seines Lebens, Anfang 20, dieses Haus, dieses Grundstück, er hätte alle Chancen in der Welt gehabt. Wenn du das vernünftig angestellt hättest, über die nächsten 15, 20 Jahre, wäre das ein Ort gewesen, er hätte in diesem Haus sterben können, er hätte in diesem Haus alt werden können, er hätte noch als 70-Jähriger, hätte er noch oben auf diesem Balkon sitzen können und hätte noch seinen Arzt Schauerberg runtergucken können. Und in 10 Jahren hat er das alles zerstört. Das ist, jetzt lebt dieser Typ, dieser Typ ist jetzt obdachlos und lebt in einem Auto. Was dieser Typ hatte, also wie gesagt, wenn du, wenn ich heute eine Zeitreise machen könnte und wir hätten 2011 und ich wäre 20 Jahre und du würdest mir die Schanze anbieten, Leute, ich hätte das genommen. Man hätte, man hätte einiges machen müssen, ganz bestimmt, aber ganz ehrlich, du hättest dein ganzes Leben lang Zeit gehabt, du hättest die nächsten 30 Jahre einfach den ganz normalen Job nehmen können, hättest die nächsten 30 Jahre das Ding nach und nach immer mal wieder kleine Sachen renovieren können. Das, Leute, das, wir sagen immer, das ist die Schimmelschanze, das ist die Ruine und so weiter, aber vor 10 Jahren, hey, du hättest auch noch was mit den, mit den Nebengebäuden hättest du auch noch machen können mit der großen Scheune oder sonst irgendwas. Mein Gott, was hatte dieser Typ? Jetzt mal ehrlich, was hatte dieser Typ? Ich hätte es genommen. Wirklich, ich hätte es genommen. Und wenn ich mit 20 Jahren dein Kumpel gewesen wäre und ich hätte gesehen, dass du dieses Ding geerbt hättest, einfach so und du jetzt da hättest wohnen können, wäre ich vor 10 Jahren auch neidisch auf dich gewesen, Rainer. Und jetzt gucke ich dich an und ich denke mir, mein Gott, was hat dieser Typ sich alles kaputt gemacht? Was für eine Schande, was du damit gemacht hast. Nicht, was du mit deinem Leben gemacht hast. Das, was du mit deinem Leben machst, ist deine Sache. Aber das, was du mit diesem Haus gemacht hast, dem Erbe von deiner Familie, das Haus, in dem schon deine Oma gelebt hat, alles kaputt gemacht hast du. Wahnsinn. So. Und dann tut es mir auch nicht leid, wenn ich dann auf Twitter sehe, dass die Leute dich um halb eins nachts noch irgendwo über eine Autobahn jagen. Sorry, Dinger. Das hast du verdient. Du könntest heute noch in einem kleinen Haus sitzen und ganz ehrlich, da draußen auf dem Land, wenn du da schon ein Grundstück und ein Haus hast, nee, wir müssen immer überlegen, was wäre gewesen, wenn Rainer nicht der YouTuber geworden wäre. Ganz ehrlich, wenn du da draußen in Bayern auf dem Land lebst, hast ein kleines Grundstück, hast ein Haus, hast irgendwo noch ein Waldstück, auch wenn du ein Dulli bist, ganz ehrlich, dann findest du halt deine Dullina. Jetzt mal ohne Scheiß. Es wäre doch für ihn, wenn er doch einfach nur nicht so ein Hageldommer-Knallkopf geworden wäre, es wäre doch für ihn auch kein Problem gewesen, der hätte doch auch noch eine Frau gefunden. Aber, aber alles, alles ist so gekommen, wie es jetzt ist. Und jetzt wartet, keine Ahnung, halb Internet-Deutschland wartet darauf, mal wieder was Neues von dir zu hören. Wo taucht er denn als nächstes auf mit seinem großen blauen Pick-up? Wahnsinn, wie das alles, Wahnsinn, in was für Zeiten wir leben. Das werden noch interessante drei Wochen, sowieso interessante drei Wochen bis zur Gerichtsverhandlung und nach der Gerichtsverhandlung sagen sie dann, keine Ahnung, keine Ahnung, er hat keine Anschriften mehr, alles, was wichtig ist, liegt irgendwo in einem Lagerraum, er hat nur noch sich und sein Auto, massive Fluchtgefahr, urhaft vorbei. Weiß man es, man weiß es nicht. die Respektlosigkeit und die egomanischen Ansichten von einigen wenigen Leuten mir im Prinzip mein ganzes Leben zerstört haben, weil von einigen wenigen Leuten die hunderttausend Hater, er hat alleine gegen hunderttausend Hater gekämpft, das hat er heute im Laufe des Tages schon mal gesagt, ob das in diesem Video war oder dem anderen Video, weiß ich nicht. Hunderttausend Hater, jetzt sind es die, jetzt sind es die Sachen, die Egomanie, einiger weniger Leute, die sein Leben zerstört haben. Nee, nur ein einziger Mensch hat ein Leben zerstört und den gucke ich mir gerade an. Eigentlich sind sämtliche Gründe, warum ich YouTube angefangen habe, wohlgemerkt, angefangen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann. Also ich habe damit dann angefangen, Geld zu verdienen und das habe ich dann damals gemacht, um damit eben besser vor die Runden zu kommen und die ganzen Gründe, warum ich das überhaupt getan habe, sind eigentlich hinfällig. Also haben wir zum Beispiel gerade schon wieder zwei Vollidioten von meiner Haustür, die ich selbst diese beiden Hater, die da waren, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, die beiden Hater, vielleicht waren das die beiden letzten, vielleicht war das der letzte Haterbesuch jemals, bevor Rainer aus diesem Haus ausgezogen ist und die beiden, die da voll, zu dem Zeitpunkt, wo die beiden vor der Tür standen, wussten das noch nicht mal. Falls einer von euch hier zuhört, ihr seid gegrüßt. Vielleicht wart ihr die letzten. Wahnsinn. Ein historischer Tag. Sonntagnacht um 23.19 Uhr nichts Besseres zu tun haben, als mich zu belästigen. Du hattest gestern Abend um jenseits von 23 Uhr nichts Besseres, als fluchtartig dein Hotelzimmer zu verlassen, wieder in deinen Rangers zu steigen und abzubrausen, Rainer. Ob das jetzt unbedingt besser ist? Ja. Und auf der anderen Seite haben wir meine Schwester, die mich meidet und gemieden hat, wo ich von der Schwangerschaft meiner Schwester erst erfahren habe, als sie eigentlich schon fast vorbei war und das auch mehr oder weniger zwangsweise so war, weil sie was von mir wollte und dann eben vorbeikommen musste und ich dann halt festgestellt habe, dass sie schwanger ist. Darüber hinaus habe ich damals das Video mit Traut euch, kommt zu mir nur gemacht, um meine Schwester zu schützen. Ja, und das ist der Grund, warum du nicht von der Schwangerschaft erfahren hast, weil deine Schwester, die ja nun mal die Cleverere in der Familie ist, muss man ja mal so sagen, ganz genau wusste, ja, dir erzählt man nicht sowas wie deine Schwester ist schwanger, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass du das im nächsten Video rausposaunst. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich die Person wäre, wenn Rainer dieses Video gemacht hier, irgendjemand hat sich bei meiner Schwester gemeldet, kommt zu mir. Dieses Video, wir müssen ja überlegen, das war nicht der Rainer, der jetzt vor der Kamera sitzt und versucht irgendwie ruhig in die Kamera zu sprechen und die Hater zu ignorieren. Wir alle wissen noch dieses Video. Das war der Rainer, der damals noch rumgeschrien hat, der damals noch seine Stimme verstellt hat, weil er gedacht hat, dass er damit irgendwie weiterkommt oder so. Nach dem Video würde ich dir auch nichts mehr aus meinem Leben erzählen, Dicker. Auch nicht nur um meine Schwester zu schützen, sondern auch um meine gesamte Familie zu schützen. Letzten Endes hat mich das meine gesamte Familie gekostet. Ich habe mit YouTube angefangen, Geld zu verdienen und habe dann, als ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann, gehofft, dass ich irgendwann so viel Geld damit verdienen kann, dass ich mein Grundstück und alles halten kann und damit ich was erreichen kann. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, weil ich jetzt aufgrund der ganzen Hater und so weiter mein Grundstück und mein Haus verkauft habe. Aufgrund der ganzen Hater. Alles klar. Naja, man könnte sagen, ich habe auf ganzer Strecke abgelost. Ja, das ist mal eine interessante Erkenntnis. Nicht, dass du daraus was lernen würdest. Dieser Zug ist lange abgefahren, kannst du vergessen. Normalerweise sagt man ja was, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, aber das in solchen Kategorien denken wir nicht mehr. Alles. Bei ihm ist es ja auch immer so, man könnte sagen, dass ich ganz schön abgelost habe, aber, natürlich, das kommt immer das Drachenlord, aber. Was ich gemacht habe, alles was ich gesagt habe, alles was ich vorgehabt habe, alles was ich geplant habe, ist nach hinten losgegangen und, ja, es ist letzten Endes so, dass ich, egal was ich gemacht habe, eigentlich immer auf der Strecke geblieben bin. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass ich Gott sei Dank immer noch mehr bin, als diese Lutscher, die vor meiner Tür stehen und ihre Persönlichkeit oder ihre, ihre, ihre Selbstverliebtheit dadurch ausdrücken wollen, dass sie bei mir vor der Tür stehen und sich dadurch aufwerten wollen. Denn letzten Endes ist es so, die Hater stehen vor meiner Tür und werten sich dadurch auf oder meinen sich dadurch aufzuwerten, indem sie Videos im Internet hochladen und irgendwelche anonymen Personen das Ganze hochladen und dann hinterher versuchen da. Rainer, du bist ein Obdachloser, der in seinem, der in seinem Auto lebt. Jetzt mal ohne Scheiß. Was muss denn in deinem Leben noch passieren, damit du aufhörst zu sagen, dass du besser bist als andere Leute? Was? Und wenn der Typ unter, wenn der Typ, wenn der Typ, keine Ahnung, kein Auto mehr hat und in, in irgendeinem Stadtpark auf der Bank sitzt und da irgendwie auf der Bank übernachtet oder so, wird er halt immer noch ein Video machen, wo er sagt, ja wenigstens habe ich mich nie, habe ich mich nie versucht, mich zu verbessern, indem ich so getan habe, als wenn ich besser bin als andere Leute. So, das sagt er ja. Während er gerade sagt, dass er ja besser ist als die anderen Leute. Ein paar Klicks von irgendwelchen Leuten abzustauben und irgendwelche positiven Zusprüche von Leuten, die genauso dumm sind, wie sie. Hart gespiegelt. Das, was ich gemacht habe, habe ich nicht gut gemacht. Nein. Alles, was ich in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe, habe ich teilweise aus egoistischen Gründen gemacht. Du hast dir nichts aufgebaut. Wie denn? Er hat sich nichts aufgebaut. Sein Leben ist immer mehr den Bach runtergegangen. Und je mehr sein Leben den Bach runtergegangen ist, je schlimmer alles bei ihm geworden ist, umso mehr Leute haben zugeguckt, weil die Leute katastrophengeil sind. Je größer der Unfall, umso mehr Leute gucken. Das ist das, was er sich aufgebaut hat. Er hat sich gar nichts aufgebaut. Es sind immer mehr Leute geworden, weil das Ganze immer verrückter und absurder und schlimmer geworden ist. Und deswegen haben immer mehr Leute zugeguckt. Er hat sich gar nichts aufgebaut. Er glaubt, er hat sich was aufgebaut. Hier, meine Community, 170.000 Abos. So. Unfassbar. Teilweise aus ehrlichen Gründen und teilweise einfach aus Gründen, die mir einfach wichtig waren. Im Sinne von oder halt uneigennützige Gründe, weil ich wollte... Du hast niemals etwas uneigennützig gemacht. Niemals. Du weißt nicht, was das Wort uneigennützig bedeutet. Das bedeutet, dass du irgendetwas tust, obwohl es überhaupt keinen Vorteil für dich selbst hat. Das ist uneigennützig, Rainer. Du weißt nicht... Du benutzt dieses Wort, du weißt nicht, was es bedeutet. Du hast niemals... Nenn mir eine Sache in den letzten fünf Jahren, die du getan hast, die du nicht getan hast, weil du geglaubt hast, dass es ein Vorteil für dich sein könnte. Nenn mir nur einen. Mein Grundstück ja nicht nur wegen mir alleine halten und verbessern und so weiter, sondern ich wollte das auch wegen meiner... Ich muss mal eben bei der Polizei anrufen. Ich wollte das auch alles machen wegen meiner... wegen meiner Selbstwillen beziehungsweise wegen meiner Familie und meinen Verwandten in der Vergangenheit, weil die haben das aufgebaut. Ich wollte es halten. Eine Sekunde. Eine Schande, was du mit diesem Haus gemacht hast. Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, wenn Rainers Mutter heute jemanden kennenlernt, also jemanden Neues, den sie noch nicht kennt und der fragt sie, sag mal, hast du eigentlich Kinder? Dann sagt Rainers Mutter, sagt, ja, ich habe eine Tochter. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht mehr erwähnt, dass sie noch einen Sohn hat. So, habe mal eben eine kleine Pause gemacht, von der ihr gar nichts mitbekommen hättet, wenn ich es jetzt nicht sagen würde. Mal eben einmal ein bisschen strecken. Ich bin ja auch schon jetzt bei über ein Dreiviertelstunden. Ja, wenn das so weitergeht, also das wird auf jeden Fall das zweitlängste Video, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, mein 10K-Abo-Special war irgendwie über vier Stunden. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das wird auf jeden Fall, das dauert jetzt noch eine Weile. Aber Leute, dafür ist ein historischer Tag. Das ist einmal passiert und das wird nie wieder passieren. Und wenn ich heute ein Video raushaue, was fast drei Stunden lang ist, dann ist es halt so. Wir gucken mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und Rainer ist halt immer noch am Telefonieren, ne? So. Es ist auch sehr passend, dass einfach in seiner allerletzten Nacht in dieser Schanze er auch ebenfalls keine Ruhe hat, ne? Das ist ja ein würdiger, ein würdiger Abschied. 23.23 Uhr. Irgendwas, was einigermaßen würdig ist an dieser sehr unwürdigen Sache. Und die Leute, es wird mir nie in den Kopf gehen, aber gut. Ich möchte mich nicht als ein Samariter hinstellen. Ich möchte mich auch... Nö, als das sieht ich auch keiner. ...hinstellen, als wäre ich irgendwie voll der Gutmensch. Das bin ich nämlich nicht. Ähm, ich hab... Nein, Rainer. gezeigt hast, dass du willens bist, anderen Leuten zu schaden, wenn es zu deinem Vorteil ist. So. Das hast du mit deiner Nachbarschaft gemacht. Das hast du mit so... Das hast du mit so vielen anderen Leuten gemacht. Wenn du das Gefühl hattest, dass du da drin einen Vorteil hast, war es für dich kein Problem, anderen Leuten zu schaden. Als du auf... Als du auf Wohnungssuche warst, du warst nicht auf Wohnungssuche, andere Leute haben gesucht, hast du gesagt... Du hast mal in einem Video gesagt, ich hab das kommentiert, dass du ganz genau weißt, wenn du an einem anderen Ort wohnen würdest, würde es ganz genauso weitergehen, die andere Möglichkeit wäre... Die einzige Möglichkeit wäre, mit YouTube aufzuhören und das siehst du gar nicht ein. Da hast du gesagt, ich würde auch an einen anderen Ort ziehen, zu anderen Menschen, die dort wohnen, in der Nachbarschaft und ich... Du kannst ganz hervorragend damit leben, dass da 50, 80, vielleicht 100 Leute in der Gegend wohnen, die dann massiv Einbußen in ihrer Lebensqualität haben, weil die dann plötzlich Lärm haben und Stress in ihrer Nachbarschaft. Du könntest damit aufhören, du könntest einfach mit YouTube aufhören, aber dir ist es egal. Dass 100 Leute eine schlechtere Lebensqualität haben, ist dir egal, wenn du doch damit Geld verdienen kannst. Du hast... Nein, du bist kein Samariter, du hast nie irgendjemandem geholfen, darum geht es nicht. Es gibt genug Leute, es gibt genug Leute, die ihr Leben leben, versuchen ihre Arbeit zu machen und einfach sich um ihren eigenen Scheiß kümmern. Niemand muss anderen Leuten helfen auf der Welt, aber du bist nochmal ein anderes Kaliber. Du hast auch mehrfach bewiesen, dass du auch kein Problem damit hast, anderen Leuten zu schaden, wenn es zu deinem Vorteil ist. Das ist das Problem. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute dich nicht mögen. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute dich jetzt die nächsten Wochen durch ganz Deutschland jagen werden. unter anderem mit YouTube Geld verdienen wollen, als ich gemerkt habe, dass es geht, oder mehr Geld damit verdienen wollen, als ich gemerkt habe, dass es geht, weil ich natürlich auch ein besseres Leben für mich haben wollte. Das streite ich gar nicht ab. Aber die Leute, die meine Videos stehlen, um damit sich selbst zu profilieren, ich finde, das ist noch eine Spurschärfe. Ich habe Aussagen getroffen, die daneben waren. Ich habe Aussagen getroffen, die falsch verstanden wurden. Und ich habe Aussagen getroffen, die, naja, im Prinzip habe ich alles gesagt dazu. Aussagen, die dumm waren und Aussagen, die falsch verstanden wurden. Ich kann nicht zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ich kann nur sagen, dass ich es so nicht gemeint habe, für die Sachen, die falsch verstanden wurden. Oder ich kann sagen, und ich kann sagen, dass es mir leid tut, für die Sachen, die ich wirklich so gesagt habe, die aber dumme Aussagen waren. Ja, das tust du aber nie. Du entschuldigst dich nicht für irgendwas, was du sagst. Sondern du sagst, du sagst dann immer, ja, das ist ja meine Meinung. Ich kann ja meine Meinung haben, auch wenn es offensichtlich falsch ist. So. Er sagt jetzt, ja, er kann sich nur für das entschuldigen, was er gesagt hat, aber er entschuldigt sich nie für das, was er gesagt hat. Das tut er einfach nicht. Aber mehr kann ich nicht machen. Es gibt Leute, die mich heute noch für Sachen anklagen, die ich vor Jahren gesagt habe. Den Kontext davon schon seit... Ja, aber es gibt, ne, die Haut ist kein Organ. Punkt, 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 wäre ja mal eine nice Sache. Wir kennen das alle. Warum sagen das die Leute heute noch? Weil sie wissen, sie können ihn damit triggern, weil er nicht damit aufhört. So. Er kann es ja einfach nicht. Wenn er sich doch... Wenn er sich irgendwann mal hingestellt hätte und gesagt hätte in dem Video, ich habe gesagt, die Haut ist kein Organ. Das war ein Fehler von mir. Ich habe das mal nachgeschlagen. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Jetzt weiß ich, ich habe etwas Falsches gesagt. Punkt. Und wenn dann jemand bei ihm vor der Tür stehen würde oder ihn mir mal ansprechen würde auf, hey, die Haut ist kein Organ, dann könnte Rainer sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe das im Video richtiggestellt. Was willst du noch von mir? Aber nein, bis heute stellt er sich hin, weil er kann nicht zugeben, dass er sich jemals geirrt hat, weil er ist perfekt und macht niemals Fehler. Und bis heute sagt er, ja, für ihn ist die Haut kein Organ. Das ist halt seine Meinung. Es gibt halt eine allgemeine Meinung und er hat doch das Recht, eine Meinung zu haben. Und auch wenn eine Million Leute was anderes sagen, hat er trotzdem das Recht, seine Meinung zu haben. Und deswegen sprechen ihn die Leute bis heute darauf an. Es ist nicht, dass Rainer vor fünf Jahren was Dummes gesagt hat. Es ist, dass er dieses Dumme bis heute wiederholt und bis heute, es ist einfach dieses, dass er nicht in der Lage ist, auch mal zuzugeben, hey, vor fünf Jahren habe ich mal was Dummes gesagt. Nein, er sagt nichts Dummes. Er ist einfach, weil er einfach ein perfekter Mensch ist. Seit Jahren nicht mehr wissen, was das überhaupt ist, weil sie letzten Endes eben in der Zeit, in der ich das gesagt habe, gar nicht dabei waren, sondern das alles aus Erzählungen von Erzählungen von Erzählungen von Erzählungen wissen. Und im Prinzip ist das Hater-System wie Flüsterpost, die zwar sehr langsam und im Laufe von Jahren gespielt wurde, aber im Prinzip ist es so, einer sagt, du, der Drache hat das und das gesagt. Und dann dichtet der andere was dazu und sagt, oh, wusstest du schon, dass der Drache das und das gesagt hat und das gesagt hat? Und dann kommt der Nächste und dichtet wieder was Neues dazu und wieder was Neues dazu oder lässt was anderes weg? Es gibt Aufnahmen davon. Ich kann heute auf YouTube gehen, kann immer noch Sachen dazu raussuchen, was du gesagt hast zum Holocaust, was du gesagt hast zu Amokläufen, was du gesagt hast sonst zu irgendwas. Rainer, es gibt Aufnahmen davon, Aufnahmen von deiner Stimme und da kann jeder hören, was du Wort für Wort gesagt hast. Das ist keine Flüsterpost. Heißt das in Bayern Flüsterpost? Also ich kenne das als Stillepost so. Als wenn das jetzt irgendwie, als wenn diese Geschichten von einer Hater-Generation zu anderen Hater-Generation übertragen wurde und da immer was zugedichtet wurde. Rainer, es gibt diese Aufnahmen, jeder kann sich das heute noch anhören. Wir wissen, was du gesagt hast. Ich kann jetzt gerade auf YouTube gehen, kann mir anhören, was du gesagt hast. Und er sagt, ja, das ist ja nur Stille-Hater-Post. So ein Bullshit. Und dann, kommt am Ende raus, dass ich gesagt habe, dass, keine Ahnung, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, weil wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, dann heißt es vielleicht, ich versuche das alles bloß wieder schön zu reden. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe wirklich Aussagen getroffen, für die ich mich schäme. Ich habe wirklich Aussagen getroffen, die einfach dumm waren. Und ich habe Aussagen getroffen, die einfach falsch verstanden wurden. Es war alles dabei, von dummen Aussagen über falsche Aussagen über, ja, falsch verstandene Aussagen. Und es ist aber in meinen Augen immer noch keine Rechtfertigung. Denn alles, was ich im Internet mache, und darauf bezieht sich mein Handeln ja tatsächlich, ist eben genau das. Es ist im Internet. Achtung, wie gesagt, Leute, alles genießen. Das ist das letzte Mal, da oben ist der X-Button in der Schanze. Alles, was die Hater machen, oder vieles, sagen wir anders, die Mehrheit von den Sachen, die die Hater abziehen, sind nicht im Internet, sondern das ist im realen Leben. Die machen bei mir daheim irgendwelchen Mist und fahren dann zu sich nach Hause und laden das im Internet hoch. Zum Beispiel, es stehen Leute bei mir vor der Haustür und filmen, wie ich anderen von ihnen aufs Maul hau. Und zeigen mich dann auch noch an dafür. Ja, weil du darfst Leute nicht schlagen. Das ist Körperverletzung. Und die Pointe daran ist jetzt, dass sie nicht hochladen, wie sie mich eine Stunde lang so lange provozieren, bis ich ihnen aufs Maul hau. Denn es gehören immer zwei solche Aktionen. Rainer, das ist Körperverletzung, das ist nicht erlaubt. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt von meiner Tür stehen, jetzt stehen ja auch gerade zwei davor. Es ist nicht so, dass zwei Leute von meiner Tür stehen und ich mich aufrege darüber und denen aufs Maul hau. Sondern, du hast nie, und wir können es noch mal erwähnen, Achtung, ich erwähne das jetzt zum letzten Mal, während Rainer in der Schanze sitzt. Rainer hat niemals irgendjemanden mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er kann nicht kämpfen wie ein richtiger Mann. Er hat jemanden durch den Zaun durch mit einer Taschenlampe geschlagen und er hat Leute durch den Metallzaun durch mit Pfefferspray besprüht. Rainer hat niemals jemanden geschlagen in einem fairen Eins-gegen-eins-Handgemenge. So, das macht er nicht, weil er feige ist. Es ist so, dass Leute vor meiner Tür stehen, die hier randalieren, die mir auf die Nerven gehen und irgendwelchen anderen Blödsinn machen, während ich schlicht und ergreifend nichts anderes kann. Denn irgendwo muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Und nach dem Verhalten, was die Hater in den letzten acht Jahren abgezogen haben, kann man nicht mehr sagen, dass es gerechtfertigt ist, was die machen. Irgendwo in einer Parallelwelt, irgendwo in unserem Multiversum, sitzt ein 65-jähriger Rainer Winkler in seinem Liegestuhl auf seinem Balkon an einem schönen Sommertag, auf seinem Balkon am ASB 8, unter einem Sonnenschirm und sagt zu seinem, und erzählt seinem kleinen Enkelkind gerade, das kleine Enkelkind ist vielleicht fünf, so, und erzählt so, hey, ich bin jetzt in Rente, ich habe mein Leben lang hart gearbeitet, ich habe keine großen Sprünge gemacht, ich habe einfach einfache Arbeiten gemacht, aber ich habe immer meinen Job gut gemacht und dafür konnte ich jetzt dieses Haus halten und vielleicht, mein Kind, wirst du irgendwann in diesem Haus sitzen. und sitzt einfach da in seinem Liegestuhl, nimmt noch einen Schluck zu trinken und ist einfach zufrieden mit seinem Leben, weil er konnte dieses Haus halten. Und ich schaue ihn mir jetzt an, den 32-Jährigen, der vor dieser Wand sitzt, in der letzten Nacht in seinem Haus, bevor er raus muss für immer und er zum 700-millionsten Mal über Hater schwadroniert, die Hater, eine Kategorie Mensch, die er sich selber geschaffen hat und die kein anderer Mensch außerhalb des Drachengames überhaupt versteht, so, dass er sich selber eine Kategorie Mensch erschaffen hat in seinem eigenen verzehrten Weltbild. Mama mia, ey. Das ist mal in einer Resonanz-Szene. Schaut euch an, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe irgendwelche Aussagen getroffen, Aussagen, die dumm waren, Aussagen, die falsch waren oder Aussagen, die falsch verstanden wurden. Man kann natürlich auch so weit gehen und sagen, Aussagen, die absichtlich falsch verstanden wurden, weil auch das ist der Fall. Aber ihr müsst vorhin das bedenken. Die Hater belästigen meine Nachbarschaft. Sie belästigen die Polizei. Nicht mehr. Die Polizei. Nicht mehr. Sie begehen Straftaten in Form von Hausfrieden. Stellt euch mal vor, dass es jetzt einfach ruhig am ASB ist. Ich meine, natürlich, Leute, natürlich werden jetzt in dieser Woche, in diesen Tagen, werden da immer noch Leute vorbeifahren. Vor allen Dingen die Hater, die so in der Nähe wohnen, die werden einfach noch mal gucken, das Haus, ist da wirklich weg. Ich werde sicherlich auf Twitter auch noch mal ein paar Bilder sehen, wenn jetzt die Abrissarbeiten, die Abrissarbeiten von der Schanze werden auch noch gut dokumentiert, werden es überhaupt kein Problem. Aber nachts wird einfach niemand rumschreien. Die Leute am ASB werden sich in ihre Betten legen, werden das Licht ausmachen und werden einfach schlafen. Und kein dicker Typ schreit den ganzen Berg runter, mitten in der Nacht. Keine Alarmanlage, die wie, 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 wie macht. Das ist einfach vorbei. Und bei uns, der Telefonapparat bei der PINEA, wird jetzt einfach anstatt, der ist die letzten fünf Jahre, ging dieses Telefon 30 Mal am Tag. Äh, warte, nee, 30 Mal nur von ihm wahrscheinlich irgendwie. 50 Mal am Tag. Jeden Tag. Die letzten fünf Jahre. Und jetzt von einem auf den anderen Tag rufen da jetzt noch 15 Leute pro Tag an. Wohlgemerkt, ne? Ich rede nicht vom Notruf 110, sondern ich rede von, er hatte ja die Nummer von der PINEA selbst. Er hat ja selten den Notruf gerufen. Das hat er ja auch mal gemacht, was definitiv auch Notrufmissbrauch ist. Aber er hat ja direkt bei der PINEA angerufen. Und da rufen nicht so viele Leute an. Das glaubt mal. Einfach von einem auf den anderen Tag. Natürlich, natürlich, werden die Haterbesuche noch nicht enden. Natürlich, weil die, weil die Schanze da noch steht. Aber es ist jetzt auch einfach mal von jetzt auf gleich 90 Prozent ruhiger an diesem Berg. Krass. Wirklich. Einfach krass. Insbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung in Form von Straßenverkehrsordnung, wo sie hier durch mein Dorf fahren, obwohl es verboten ist. Durch mein Dorf fahren. Das sagt er in der letzten Nacht. Es ist auch nicht mehr dein Dorf, Dicke. Sie verstoßen gegen das Sprengstoffgesetz. Sie verstoßen gegen die Lärmbelästigung. Sie verstoßen gegen Hunderte, Tausende Male, wo er gesagt hat, du hast hier nichts zu suchen. Ich wohne hier. Was machst du hier? Puff. Einfach weg. Einfach weg. Als ob er niemals da in diesem Ort gewohnt hat. In ein paar Wochen ist das Haus klein und dann ist er nur noch eine schlechte Erinnerung. Er ist nur noch ein Stück Internetgeschichte. Zumindest da am ASB. Ansonsten irgendwo in Deutschland wird er noch sein. Aber da an diesem Ort ist er dann einfach nur noch eine Erinnerung. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass ich es 2021 letztes Jahr, dass ich es noch geschafft habe, einmal die Schanze zu besuchen. Also jetzt ist es bald halt nicht mehr möglich. Und es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr möglich, ihn dort anzutreffen. Ich war noch einmal da, so wie viele andere Leute auch. Unendlich viele andere Sachen. So, gegen mich. Der lediglich im Internet seine Meinung äußert, etwas sagt, was anderen Leuten nicht passt oder einfach nur schlicht und ergreifend seine eigene Persönlichkeit hat. Während sie einfach nur das nachmachen, was andere vormachen. Natürlich gibt es immer den ein oder anderen Hater, der sich für besonders schlau hält. Und es gibt mit Sicherheit auch den ein oder anderen, der ein bisschen was in der Birne hat. Aber Ja, immer mehr als du. Also, ne? Da kann man ja mal von ausgehen. Wenn Rainer auch nur annähernd so wenig intelligent ist, wo man von ausgehen kann, dann ist das sowieso, da kannst du 100 Leute in der Fußgängerzone machen und 98 davon sind halt cleverer als er. Und so dieser Querschnitt kann man halt auch bei Schanzenbesuchern sehen. Bedenkt mal Folgendes. Ganz ehrlich, fühlt ihr euch nicht selbst verarscht? Das geht mal wirklich an die, die Frage geht mal wirklich raus an die Hater. Fühlt ihr euch nicht langsam selbst verarscht? Acht Jahre lang begeht ihr Straftaten, begeht... Ich habe niemals eine Straftat begangen und habe trotzdem einen Platzverweis für den Altschauerberg bekommen. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, Sprengstoffgesetz und ich weiß nicht, was noch alles für Aussage... Das habe ich niemals getan. Aussagen und Taten und Möglichkeiten, mal abgesehen von Belästigung ohne Ende, Mobbing ohne Ende. Ja. Ich habe nie irgendjemanden belästigt und gemobbt. Rainer, das, was ich im Internet mache, das muss sich niemand angucken. Da oben ist der X-Button. Also belästige ich ja auch niemanden. Ist klar, ne? Deine Logik. Ist eine gute letzte Nacht gewesen, auf jeden Fall. Kommt ihr euch da nicht selbst langsam verarscht vor, wenn ihr mal darüber nachdenkt, dass ein Sonderschüler, der eurer Meinung nach ja schlechter ist, als ihr selbst seid, weil ihr ja alle so oder weil viele von euch ja studiert haben, weil viele von euch im Gymnasium waren. Ich kann mittlerweile nicht mehr erzählen, wie viele Leute bei mir vor der Tür standen und davon behaupten, dass sie im Gymnasium waren, dass sie in der Realschule waren, dass sie studieren und studiert haben und keine Ahnung. Ja, weil die Leute clever genug sind, zu wissen, was dich triggert. Und es triggert dich, dass du nur auf eine Sonderschule gegangen bist. Ich kann das nicht mehr erzählen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass diese Leute zu mir nach so vielen Jahren immer noch sagen, du bist du mir Sonderschüler. Denn ich lebe von YouTube. Ich verdiene mehr, als viele von denen vermutlich je verdienen werden. Und auf der anderen Seite habe ich dann diese Leute, die zu mir sagen, du bist ein dummer Sonderschüler, du hast nichts erreicht in deinem Leben. Ja, ich habe so viel erreicht, dass mich Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen kennen. Rainer, du bist obdachlos und lebst in einem Auto. Also bis letzte Woche, nee, nicht bis letzte Woche, bis Oktober hätte man ja noch sagen können, also wirklich, dass du Hausbesitzer bist, dass du dein eigenes Haus und dein eigenes Grundstück hast. Das zählt ja wirklich für dich. Und ich sitze hier in einer Wohnung, wo ich jeden Monat Miete für bezahle. Was hat auch eigentlich Dummes, Miete zu bezahlen. Eigentlich braucht man auch was Eigenes, ist klar. Ganz ehrlich, vor einem halben Jahr hättest du mir das noch voraus gehabt, dass ich hier jeden Monat Miete blechen muss an irgendjemanden, dass ich einfach nur hier wohnen darf. Und du kannst einfach so hier wohnen. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt willst du mir erzählen, wie sehr du es doch geschafft hast. Du bist obdachlos und lebst in einem Auto. Das ist übrig geblieben. Vor zehn Jahren hattest du mal ein Haus, fünf Gebäude, die auf einem 1500 Quadratmeter Grundstück gewohnt haben. Vor zehn Jahren, wenn du das verkauft hättest, hättest du da, keine Ahnung, was weiß ich, 200.000 Euro für bekommen. Das hast du jetzt in den letzten zehn Jahren eingetauscht gegen ein Auto, was jetzt vielleicht noch 30.000 Euro wert ist. Und du lebst in diesem Ding, Rainer. Willst du mir, erzähl mir doch mal weiter, wie sehr du es geschafft hast. Warum die Hater sich doch dumm vorkommen müssten, weil du es geschafft hast. Bitte, erzähl es mir. Ich habe tausende, zehntausende, fast hunderttausende Klicks für verschiedene Videos. Teilweise habe ich sogar ein Video mit mehreren Millionen Klicks. Gut, das ist nur eins. Aber trotzdem, ich habe so viel erreicht. Du hast so viel erreicht. Ich betone noch mal, Rainers Leben ist immer mehr bergab gegangen und es ist eine immer größere Katastrophe geworden. Und je größer eine Katastrophe wird, umso mehr Leute gucken zu. Dass er heute viel mehr Zuschauer hat, was auf YouTube natürlich viel mehr Geld ist, ist nicht sein Verdienst. Er hat nichts aktiv daran gemacht. Das ist ein Zeugnis davon, dass sein Leben immer schlimmer geworden ist. Und er ist, das ist halt nur mal YouTube, er ist in dieser schon ziemlich seltsamen Situation, dass je mehr sein Leben den Bach runtergegangen ist, desto mehr Geld hat er damit verdient. Das ist alles. Das ist nicht seine Leistung. Und das ist auch nichts Gutes, Rainer. Also vor zwei Jahren habe ich schon gesagt und wahrscheinlich auch jeder andere Hater, für 5000 Euro im Monat würde ich dein Leben nicht leben. Nee, das wäre es mir einfach nicht wert. So, jetzt haben wir den 1. März 2022. Du bist obdachlos und wohnst und wohnst in einem Auto. Das würde ich für 10.000 Euro im Monat nicht machen. Also jetzt mal ohne Witz. So viel erreicht und das ganz alleine und trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Steine, die mir von hunderten Menschen in den Weg gelegt werden, werden Tag für Tag. Er ist obdachlos und lebt in einem Auto. Und in drei Wochen steht er vor Gericht und wird zu 99 Prozent zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und muss dieses Jahr noch in den Knast. Sitzt da in der allerletzten Nacht vor dieser siffigen Wand in seinem Haus und spricht Mutterseelen allein in eine Kamera rein. Ich habe es geschafft. Okay, Dicker. Okay, Dicker. Du hast es geschafft. Wie soll ich dir das Gegenteil beweisen? Die Hater legen mir hier und da überall Steine in den Weg. Sie sagen das über mich und sie machen das über mich und sie sagen das zu mir und sie tun das und sie tun jenes und sie glauben letzten Endes, dass sie sich alle das erlauben können. Aber wer sind die Hater? Wer sind das? Sie sind niemand. Sie sind Teil einer riesigen... Und es wäre kein Drachenlord-Video, wenn wir die allerletzte Nacht in diesem Haus, das wir verkackt haben, nicht nutzen würden, um nochmal im allerletzten Video nochmal Leute zu provozieren. Gut, 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 dass die Schnitzeljagd noch lang genug dauern wird. Ich habe Spaß. Ich habe jetzt schon Bock darauf. ...Kollektivaktion. Aber niemand kennt sie und niemand wird sich an sie erinnern. Außer vielleicht als Teil des Kollektivs. Da heißt es dann nicht mal, oh, weißt du noch der und der, sondern da heißt es, dann weißt du noch die Hater. Es heißt nicht, der... Ich kann mich heute noch, wenn ich, wenn ich zufällig einem Hater begegnen würde, keine Ahnung, würde ich nochmal zum ASB fahren und ich würde noch einem Hater begegnen. einen wildfremden Menschen. Könnte ich mit dem noch reden, hey, weißt du noch damals das Regenbogenschaf? Hey, weißt du noch damals, keine Ahnung, äh, A, B, C, D, E, F oder so weiter. Natürlich gibt es immer mal wieder Hater, die, keine Ahnung, die rausgestochen haben. Jeder Mensch kennt Dr. Oll. Und ganz ehrlich, vielleicht werde ich in fünf Jahren hier sitzen, wenn du immer noch, wenn du im Knast gesessen hast und du schon nicht mehr existierst, vielleicht werde ich in fünf Jahren einfach nochmal random denken, oh, weißt du was, jetzt gucke ich mir nochmal ein altes Video von Dr. Oll an. So. Na, natürlich. Aber für ihn, für ihn ist das, ist das alles nur gleich. Der Franz von den Hatern oder der Jakob von den Hatern oder die, Entschuldigung, da war der Akku kurz leer. Und was er nicht verstanden hat, ist, dass es darum nicht geht. Niemand, der bei ihm vorm Haus stand, hat das doch gebraucht in seinem Leben, oder? Die fahren doch nicht nach Hause und sagen, oh, das ist halt so scheiße, dass niemand meinen Namen kennt. Ich möchte doch gerne ein Hater mit Namen sein. Die Leute haben doch irgendwas an. Ganz ehrlich, die Haterei ist doch für uns alle nur ein Hobby. Wir haben doch noch was anderes. Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt in dieser Situation, dass die Leute sagen, ja, ich bin, auch wenn ich nur eine anonyme Stimme bin und niemand mit dem Finger auf mich zeigen kann, ich bin der Metzger auf YouTube. So. Und ich kann auch in einem anderen, keine Ahnung, wenn ich in einem Restream bei einem Anti-Mobbing-Guys bin und da im Chat schreibe, dann grüßen mich die Leute, hey, der Metzger ist da. Das ist schon ganz, das ist echt cool. Aber am Ende ist es auch halt einfach total unwichtig, weil ich bin nicht der Metzger auf YouTube. Ich bin der Kollege für meine Arbeitskollegen auf der Arbeit. So, ich bin, keine Ahnung, wenn ich nach Hause fahre zu meinen Eltern, bin ich da, bin ich da der Sohn, das Familienmitglied. Ich bin der Kumpel, mit dem man mal eine Runde Motorrad fährt. Ich bin, ich bin Mitglied in meinem Sportverein. Ich bin sonst irgendwas. Ich bin halt noch was anderes als ein Hater. Aber das, das kann er sich gar nicht vorstellen. So, ja, du stehst bei mir vor der Tür, du bist ein Hater, aber du bist ja nur ein namenloser Hater. Also bist du nichts. Nein, diese Leute haben noch was anderes. Verstehst du das? Ich bin ein Mensch, auch wenn ich kein Hater bin. Aber du bist immer der Drachenlord, weil du nichts anderes hast. Oder die Elisabeth von den Hatern oder ähnliches. Das ist völlig irrelevant, weil das wird es nicht heißen. Das wird nur heißen, erinnerst du dich noch an die Hater? Nein, die Leute werden sagen, erinnerst du dich noch an diesen Vollidioten, der live im Internet sein ganzes Leben versaut hat. Was es heißen wird, erinnerst du dich noch an den Reiner, erinnerst du dich noch an den Drachenlord? Weißt du noch, was der gemacht hat? Weißt du noch, was der gesagt hat? Weißt du noch, was der machen will? Weißt du noch, was der machen kann? Ja, aber immer wenn das jemand sagt, erinnerst du dich noch daran, was der Drachenlord gemacht hat? Danach kommt niemals etwas Gutes, Reiner. Danach kommt niemals etwas Gutes, woran die Leute sich gerne erinnern. Weißt du noch, wie dieser Honk live im Internet einen Heiratsantrag gemacht hat? Weißt du noch, wie dieser Typ vor Gericht stand und verurteilt wurde wegen Körperverletzung? Weißt du noch, dass dieser Typ sich allen Ernstes, nachdem irgendwelche Nacktbilder von ihm geleakt wurden, sich so hart in seinen Kopf reingerendert hat, dass das in Ordnung ist, dass er sich daraufhin einen Account auf einer Pornoseite gemacht hat? Ja, die Leute werden sich noch lange an dich erinnern, Rainer, aber immer als abschreckendes Beispiel. Es heißt immer, der Rainer, es heißt immer, der Drachenlord, es heißt immer, der Herr Winkler. Es heißt nicht, erinnerst du dich noch an den YouTuber, wobei es das mit Sicherheit auch geben wird, weil es viele YouTuber geben wird oder gibt. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist halt in seinem Kopf drin. Also für ihn ist diese ganze Sache halt wirklich, er ist jemand, dass das alles negativ ist, dass das alles ihm nicht helfen wird auf Dauer, dass er einfach sich sämtliche Möglichkeiten verbaut hat, jemals ein normales, zufriedenes Leben zu führen. Das ist halt vollkommen egal. Die ganze Welt, ganz Deutschland kennt ihn. Darum geht es. Das ist es halt. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann leider sagen muss, ich meine, wir können da alle nichts mehr daran ändern. Du kannst die Leute halt nicht davon abhalten, aber ich habe halt eigentlich schon immer gesagt, eigentlich müsste dieser Typ Mutterseelen allein in seinem Livestream sitzen und einfach überhaupt niemand in seinem Chat sein halt. Das ist halt das Problem. Das hat auch das Problem, ganz ehrlich, das Geld wird ihm nicht mehr helfen. Dass die Leute ihm 2,99 Euro geben für irgendeine komische Mitgliedschaft, das wird ihm nicht helfen. Das bringt ihm halt viel mehr, wenn er da sitzt und in seinem Chat Sachen liest und die Leute ihm Fragen stellen, dann fühlt er sich halt wichtig. Und wenn mal irgendjemand irgendwas sagt, was ihm nicht gefällt, dann kann er mal jemanden bannen, dann merkt er auch noch, dass er Macht hat und so weiter. Das gibt ihm halt viel mehr. Eigentlich müsste man diesen Typen vor allen Dingen eins, man müsste ihn alleine lassen. Vollkommen unabhängig davon, ob man ihm Geld gibt oder nicht. Man sollte ihm auch kein Geld geben, aber ganz ehrlich, dass ich würde mir halt einfach wünschen, dass sein Chat halt einfach irgendwann mal leer wäre. Aber was soll man machen? Man kann die Leute nicht davon abhalten. Aber es ist letzten Endes einfach Letzten Endes unfassbar, dieses Verhalten. Es ist einfach total neben der Spur, wie sie diese Leute verhalten. Ich meine jetzt gerade die zwei auch vor meiner Tür, deswegen stoppe ich hier immer. Sie randalieren gerade wieder. Sie machen das Tor kaputt. Ich meine, das kann mir egal sein, weil ich heute Abend, das ist der letzte Abend hier. Herr Reiner, dann ist das ja am nächsten Tag überhaupt nicht mehr dein Problem, weil du fährst dann ja einfach, du setzt dich ja einfach in deinen Fort und dann fährst du halt einfach weg, bist jeden Tag an einem anderen Ort und die Hater werden ganz bestimmt niemals herausfinden, wo du bist. Ist doch super, oder? Genießt du deine neue Freiheit? Das werde ich überleben. Ja, selbst wenn die jetzt das Tor kaputt machen, dann zwölfe ich noch zweimal in den Draht rum und dann war es das. Ja, dann ist die Sache für mich erledigt. Wenn die jetzt noch fünf Minuten länger da rumstehen, dann werden sie die Kopf noch erwischen. Wenn sie über den Zaun klettern, dann haben sie Hausfriedensbruch an der Backe. Ja, es ist letzten Endes und es bleibt letzten Endes lächerlich. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Aber Ja, damit haben wir auch ganz gut dein Leben zusammengefasst, ne? Es ist und bleibt lächerlich, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Kann sein, dass ich gleich weg muss, weil er nämlich gerade schon versucht, über den Zaun zu kommen oder eigentlich durch den Zaun, weil es an der Seite mittlerweile kaputt ist. Es ist einfach lächerlich, deren Verhalten. Und die werden früher oder später, früher oder später werden diese Menschen alle einmal aufs Maul kriegen. Weil solche Leute wie die Hater, das sind Menschen, die eine 100%ige Ich-Krieg-aufs-Maul-Garantie haben. Weil es diese Menschen sind, die immer einen Schritt weiter gehen, immer einen Schritt zu weit gehen. Und es ist nicht jeder so nett wie ich. Nicht jeder auf der Welt lässt sich so viel gefallen, wie ich mir die letzten Jahre gefallen habe lassen. Wenn man das Ganze Gefängnisstrafe, Körperverletzung Mal aus einer nüchternen Perspektive betrachtet, ist es erstaunlich, dass ich das überhaupt so lange mitgemacht habe. Viele würden jetzt wieder von den Hatern behaupten, ja, du hast es nur mitgemacht, weil du zu dumm bist. Ja. Ja, darüber könnten wir mal sprechen. Vielleicht ist es wirklich so. Ja. Vielleicht bin ich wirklich dumm. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass das, was die Hater alles abziehen, dumme Aktionen sind. Und ich... Fakt ist, dass du jetzt obdachlos bist und in einem Auto lebst. Und das hat nichts damit zu tun, was die Hater gemacht haben. Nichts. Was denn? Die Hater sind nicht schuld daran, dass du zutiefst verschuldet warst. So. Er hat ja auch unter anderem mit dem Geld von dem Haus die letzten 30.000 Euro Schulden gemacht. So. Er wäre ja bis heute unter Garantie nicht schuldenfrei, wenn er nicht dieses Haus vertickt hätte. so. Also von daher... So etwas weder gebraucht, gemacht. Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht, ob die Gemeinde ihn hätte zwingen können oder ob die Gemeinde... Wenn er zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr im Oktober schon schuldenfrei gewesen wäre, ob dann die Gemeinde genug Druckmittel gehabt hätte gegen ihn, um ihn dazu zu bringen, dieses Haus zu verkaufen. Wenn er da schon keine Schulden mehr gehabt hätte. Vielleicht haben sie ihm auch gesagt, Herr Winkler, Sie haben noch 30.000 Euro Schulden und die Schuldner drängen jetzt mal auf Vollzug. Wenn sie das Haus jetzt nicht verkaufen, wird es halt in einem halben Jahr zwangsversteigert, weil sie müssen ihre Schulden mal begleichen. Vielleicht ist es so passiert. Vielleicht, wenn er im Oktober schon schuldenfrei gewesen wäre von sich aus, vielleicht hätte er dieses Haus nicht verkauft. Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Noch je nötig gehabt habe. Nichts von dem, was diese Herrschaften da abziehen, habe ich je nötig gehabt. Weder heute noch damals und auch in Zukunft würde es nicht der Fall sein. Naja. Es ist das typische Verhalten von Menschen, die sich selbst für zu wichtig nehmen. Sie nehmen für zu wichtig. Jetzt fängt er halt an, hart zu spiegeln. Er hat das ja nicht nötig. Das ist das Verhalten von Menschen, die sich selber für zu wichtig halten. Deswegen gucke ich mir gerade ein Video an im Internet, wo du da sitzt. Wo du da sitzt und meinst, mir erklären zu wollen, mir dem Zuschauer erklären zu wollen, wie die Welt so funktioniert. Weil du das ja überhaupt nicht für wichtig hältst, Dicker. Sie selbst für zu wichtig und glauben, dass sie irgendwas in ihrem Leben erreichen, indem sie anderen Leuten aufs Maul hauen, indem sie anderen Leuten auf die Nerven gehen, indem sie andere Leute angreifen oder belästigen. Und das wird einfach nicht so sein. Es ist ja auch faszinierend, dass Rainer es halt auch wirklich geschafft hat, sich da eine Ebene reinzudichten, die es halt einfach nicht gibt. Das ist der reine Spaß. Die Leute fahren dahin, rütteln ein bisschen am Zaun. Wir gucken uns heute mal den Tanzbären an. Guck mal, wenn du daran rüttelst, wenn die Alarmanlage angeht, dann kommt der Bär raus und fängt an zu tanzen. Wer fährt denn dahin? Gibt es Leute, die dahin fahren? Weißt du, ich habe heute einen richtig schlechten Tag gehabt, mir geht es heute richtig scheiße, Job war scheiße, ich fahre jetzt mal zu Rainer, dann fühle ich mich besser. Das ist doch nicht, weiß ich nicht, nie, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so ist. Letzten Endes, letzten Endes, gibt es für uns alle nur einen einzigen Weg. Keiner von uns weiß, ob ein zweites oder drittes Mal wiedergeboren wird. Das weiß niemand. Selbst wenn es Wiedergeburt geben sollte, ist nicht die Garantie, dass einer von uns wiedergeboren wird. Weil selbst wenn einer von uns wiedergeboren wird, wir kennen nicht die Kriterien. Rainer, du hast dieses Leben schon so viel gefressen, dass du schon übergewichtig auf die Welt kommst, wenn du wiedergeboren wirst. Die wir erfüllen müssen. Schon instant neugeborener, zack, schlechte Leberwerte. Erfüllt wir sein müssen, damit wir wiedergeboren werden. Aber das ist der Grund, warum wir eigentlich das Leben, das wir haben, so führen sollten, als gäbe es nur dieses eine Leben. Ich, wenn irgendwann sterbe. Das sagt der Typ, der sich seit über fünf Jahren selber in seinem Haus eingesperrt hat, weil er hat sich das ja ausgesucht und sich seine Gesundheit kaputt gefressen hat. So. Und es jetzt geschafft hat, wahnsinnigerweise innerhalb von zehn Jahren von einem Haus mit Grundstück hin zu ich lebe in einem Auto gekommen. Man sollte das Leben so leben, als wenn man nur dieses eine hat. Dann hast du aus diesem einem Leben, was du hast, aber erschreckend wenig gemacht, Dicker. Ich weiß, was ich in meinem Leben erreicht habe. Ich weiß, dass ich mich alleine gegen hunderttausende von Hatern gestellt habe. Ich weiß, in dem gleichen Video hat er gesagt, es sind nur, es ist nur die Egomanie von wenigen Menschen, die sein Leben versaut haben. Jetzt sind es wieder hunderttausende. Dass ich mein Leben, wenn auch verwirrt und beschissen, trotzdem so geführt habe, wie ich meiner Meinung nach es für am besten hielt. Denn letzten Endes könnte jeder zu mir sagen, dass mein Leben scheiße ist oder dass das, was ich gemacht habe, scheiße ist. Man muss ja auch mal sagen, man könnte das Ganze jetzt ja auch ein bisschen philosophischer sehen und sagen, Rainer kann einem ja vor Augen führen, dass gesellschaftliche Konventionen vielleicht gar nicht so schlecht sind. Viele Leute sagen ja, es gibt ja so dieses gesellschaftliche Korsett, in das du reinkommst, wir schicken die Kinder auf die Schule, du musst gut in der Schule sein, dann machst du entweder eine Berufsausbildung oder du gehst noch studieren und so weiter. Es gibt ja viele Leute, die sagen, eigentlich ist man dumm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, der ganz normale 0815-Michel ist, der auf die Arbeit geht und seine Steuern bezahlt und so weiter. Aber diese Leute muss es ja auch geben. Und wir sehen hier halt das erschreckende Beispiel von jemandem, der halt gesagt hat, ich mache das, ich führe mein Leben so, wie ich meine, aber ich habe in meinem Leben immer das gemacht, was ich wollte. Das sagen aber halt meistens Leute, die dann halt recht, sagen halt meistens sehr intelligente Leute, die dann recht erfolgreich geworden sind. Die sitzen dann in irgendwelchen, in irgendwelchen Videos auf Instagram, sitzen in ihrem Lambo und erzählen dir dann, dass es immer wichtig ist, wenn du, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Plan hast, du brauchst keinen Plan B, wenn du deinen Plan A durchziehst oder irgendeine Scheiße oder so. Hier sehen wir mal ein erschreckendes Beispiel davon, was passiert, wenn du meinst, wenn du einen Weg gehen willst und auch wenn du weißt, dass er falsch ist, dass du den Hacke dämlich zu Ende gehst. Und wenn ich mir den hier gerade angucke und überlege, was er in den letzten zehn Jahren kaputt gemacht hat in seinem Leben, dann kommt mir plötzlich, ich weiß nicht, eine Berufsausbildung machen und 40 Stunden in der Woche arbeiten und brav Steuern zahlen, damit du irgendwann in 35 Jahren mal dein eigenes kleines Häuschen hast, in dem du alt werden kannst, kommt mir gerade gar nicht mal so schlecht vor, wenn ich das hier sehe. Scheiße ist oder dass mein Leben, so wie ich es führe, scheiße ist. Das kann jeder zu mir sagen, weil letzten Endes interessiert es nicht. Es interessiert nicht und es ist völlig irrelevant. Ich. Ja, es interessiert auch nicht und es ist total irrelevant, dass du sagst, dass die Leute vor deinem Haus nichts mit ihrem Leben machen oder scheiße sind. Oder dass ich hier mit meiner YouTube-Reaction-Kasparei irgendwie, keine Ahnung, Diebstahl an dir begehe und das nur tue, damit ich mich besser fühle. Ist ja auch total irrelevant. Interessiert auch keine Sau, was du sagst. Niemand interessiert, was ein Obdachloser denkt. Bin der Mensch, der mein Leben führt und niemand anders. Weder meine Eltern noch meine Geschwister noch meine Onkels noch meine Tanten niemand sonst. Ich. Interessant, dass heute auch dieses Familien-Ding in ihm so tief drin sitzt, ne? Ich meine Eltern und Schwestern ja, aber auch, dass er zum Beispiel Onkels und Tanten sagt. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass er sich ganz am Anfang von seiner YouTube-Karriere hatte er noch ein bisschen Kontakt zu seiner Familie und da haben ja auch Leute aus seiner Familie gesagt, dass das mit dieser YouTube-Karriere nichts wird, woraufhin Rainer, das ist zumindest die Legende des Drachengames, ja irgendwie den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat. Damals, als er ein paar hundert, als er irgendwie hundert oder zweihundert Abos auf YouTube hatte und die gesagt haben, ey, das ist doch Quatsch, das wird nie was und daraufhin hat er halt. Aber jetzt, jetzt gerade, wo er die letzte Nacht in seinem, in dem Elternhaus sitzt, was mal seiner Familie gehörte, jetzt kommt das alles wieder hoch. Weißt du noch, damals meine Familie, die haben alle gesagt, ich werde es mit YouTube nicht schaffen und heute lebe ich in einem Auto, aber hey, ich habe es auf YouTube geschafft. Hey, guck mal an Onkels und Tanten, guck mal, ja, ich weiß, ich lebe in einem Auto und fahre durch die Gegend, aber guckt mal, ich habe es geschafft. Ich muss in diesem Körper und in diesem Leben existieren und ich muss mein Leben so führen, dass ich es am Ende nicht bereue. Und auch wenn es viele Sachen gibt, die ich gerne anders machen würde oder anders gemacht hätte, ich bereue es nicht. Ich will alles wieder so machen. Einfach nur deswegen. Und dann hast du alles wieder verdient, was passiert ist. Weil ich genau weiß, dass es mich da hinbringt, wo ich jetzt bin. Er will da hin. Es führt ihn dorthin, wo er jetzt ist. Er will da wieder hin. In einem Auto leben, will er. Ganz ehrlich, es ist auch wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, es ist auch wirklich, es erzeugt auch von einer gewissen persönlichen Stärke, wenn man sich im Leben hinstellen kann und sagen kann, hey, ich habe einen Fehler begangen. So, ich habe einen Fehler begangen, ich weiß heute, dass ich einen Fehler begangen habe, ich habe eine dumme Sache getan, ich versuche das in Zukunft nicht mehr zu machen. Auch das hat was mit Stärke zu tun, auch das hat was mit, auch das ist was Charakterliches, aber das wird er niemals verstehen. Niemals. So. Er hat immer, er hat immer den großen Plan gehabt, er hat immer und er wird auch immer den Holzweg bis zum Ende zu gehen, weil das ist für ihn Stärke und da bekommst du auch nichts anderes mehr rein. Ich meine, es ist jetzt eh vorbei. Seien wir mal ehrlich, der ist 32, selbst wenn, der jetzt in, selbst wenn, der ohne Scheiß, selbst wenn er in drei Wochen vor Gericht freigesprochen werden würde, das Leben von dem ist doch, ist doch kaputt. Beyond jede Rettung. Ist doch vollkommen egal. So. Es ist vorbei. Den müssen wir jetzt auch nicht mehr erziehen. Es ist okay, Dicker. Kämpf mal bis zum Ende, es wird sich lohnen. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich schaue jetzt mal, ob ich denen, äh, mal ein paar Manieren beibringen kann oder vielleicht kommt die Polizei ja doch langsam mal. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein. Das Video mache ich jetzt euch noch fertig, das soll heute noch kommen, also noch nicht heute, morgen soll es kommen, dass er am Montag und das kommt dann wahrscheinlich um 18, 19, 20 Uhr. Da bin ich dann schon nicht mehr hier. Ist also das letzte Video. Ich hatte eigentlich vor, zwei Videos daraus zu machen, einmal die Roomtour und einmal das Laber-Video, aber so habe ich jetzt beides in einem gemacht. Ne, hat er nicht. Er hat es einzeln hochgeladen, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ist jetzt wahrscheinlich ein recht langes Video geworden. Haut rein, euer Dache. Der kann ja nicht. Tschö, tschö, hat er rausgeschnitten, so. Und dann, Vlog 128, die Tour geht los. Ja, das war tatsächlich der erste Vlog, nachdem er raus war, Leute. Und jetzt, jetzt, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir haben noch eine ganz gute Stimmung, aber ich, dass das nicht von, 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 von Dauer war, das werden wir gleich, das werden wir gleich mal feststellen. So, nochmal eben eine kleine Pause eingelegt. Ich hoffe, ich habe es passend so geschafft, immer so zu pausieren, dass ihr es nicht gemerkt habt. Ich war jetzt im Laufe dieses Videos dreimal auf Toilette. So, das ist, das, ich glaube, ich werde auch langsam zu alt für diese Marathon-Videos, aber ich glaube, ich hoffe, man hat es nicht so gemerkt. So, Vlog 128, die Tour geht los. Die Tour, ne? Wir nennen es noch Tour, weil das ist ja quasi wie Urlaub. Das ist ja nicht sein neues Leben. Das ist ja einfach nur ein lustiger Ausflug, bestimmt. So, Leute, meine Ära ist zu Ende. Schön, dass du es geschafft hast, die Linse von deiner, von deiner Kamera, äh, noch sauber zu machen, ne? Wir sehen diese, diese viereckigen, diese, wie ist denn das, rhombusförmigen Flecken. Das ist, wenn das Licht sich bricht, auf der Kamera, wenn auf der Kamera fett drauf ist. Irgendwie, keine Ahnung, mal draufgepackt, fettige Finger, zack, gleich diese, diese, wie heißt es, diese Kristallbildung. Eine neue wird beginnen. Schauen wir mal, was bei uns jetzt da los ist. Ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg nach Geiselwind. Von da aus geht's auch. In Geiselwind noch mal eben schnell beim Lager vorbeischauen. Auf die Autobahn, in welche Richtung auch immer. Frankfurt am Main. Ich weiß schon, wo ich hin will. Ich weiß auch schon, was ich die nächsten Tage vor habe. Aber ich bin jetzt raus aus dem Haus. Wir haben jetzt heute gerade den 28.1., ne, Quatsch, den 28.2., Entschuldigung. Und, ja, ab, Entschuldigung, ich muss das langsamer machen. So, und, äh, im Interesse von allen würde ich empfehlen, dass du nicht sonderlich viele Vlogs während des Fahrens aufnimmst, bitte, ja, so. Stell dich einfach irgendwo hin. Das, das Ding geht jetzt knapp neun Minuten. Das hättest du auch eben in der Pause machen können. Ähm, ja, ab dem, äh, äh, wie sagt man, ab dem, äh, ersten. Ich habe übrigens auf Twitter schon gesehen, die Leute haben sich einzelne Bilder genommen von diesem, von diesem Dings, haben einzelne Gebäude genommen, haben die trianguliert und herausgefunden, wo er langgefahren ist, ne, also, wir haben auch mehrere Stellen gefunden, wo er in diesem Vlog mit dem Auto langfährt. Das sehen die Leute anhand dessen, was man, das finden die Leute raus, anhand dessen, Leute, die klüger sind als ich anscheinend, anhand dessen, was wir in, äh, aus den Fenstern heraus sehen. So, von daher. Die Kamera wackelt ein bisschen. Ich habe ja kein Stativ fürs, 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 äh, Guter Schnitt. Der Schnitt war ja gerade nicht mitten in einem Satz. 28.2. bin ich offiziell obdachlos, wenn man das so möchte. Äh, ich weiß schon, was ich vorhabe und ich weiß schon, was ich möchte, ich weiß schon, was ich mache. Muss jetzt noch gucken, wie... Ich glaube, dass du keine Ahnung hast, was vor dir liegt, mein Freund. Es wäre schon cool, wenn er jetzt nochmal richtig viel Geld ausgegeben hat für Taschen und so und dann einfach ab dem 23. März in U-Haft ist. Weil ich das ja alles gebraucht habe und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich dementsprechend natürlich wenig Geld habe gerade. Was heißt wenig? Ich verdiene jetzt trotzdem recht gut. Also ich habe trotzdem, man muss dazu sagen, Hotels und Motels sind nicht gerade billig. Ähm, Gast... Ach so, das wissen wir, okay. Städten sind natürlich ein bisschen was anderes dagegen noch. Die sind noch ein bisschen billiger. Aber letzten Endes muss man... Man muss mal überlegen, der hat sich an dem Tag, also vielleicht eine halbe Stunde bevor er dieses Video aufgenommen hat, hat er sich in dieses Auto gesetzt mit den Sachen, die er am Leib hatte, mit den Taschen hinten auf der Rückbank und ist einfach von seinem Haus weggefahren und hat gewusst, dass er nie wiederkommt. Das musst du halt auch mal, das musst du halt auch mal überlegen. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo ausgezogen ist aus einer Wohnung oder aus einem Haus, weiß halt dieses, du bist halt im Umzugstress und du packst ständig die Sachen raus und ich fahre noch mehrmals hin und her, um Sachen zu bringen und so weiter. Aber dann kommt dieser eine Moment, du gibst den Schlüssel ab, du machst die Tür zu und du kommst nie wieder. Und das hat er jetzt gemacht, nachdem er 32 Jahre in diesem Haus gelebt hat. Das ist schon krass. Also ich würde schon gerne wissen, was in ihm vorgegangen ist, während dieser Autofahrt. Aber das zeigt er uns nicht in diesem Video. In diesem Video ist er der coole, abgebrühte YouTuber, auf jeden Fall. Mal gucken, wie man das Ganze auch am besten hinbekommt. Weil letzten Endes ist es so, dass man nie so genau weiß, was jetzt alles passiert. Die Hater wollen mir natürlich jetzt quer durch Deutschland folgen. Sie nennen es Schnitzeljagd. Eine richtig interessante Schnitzeljagd wird das. Sachen Schnitzeljagd oder so ähnlich. Den Hatern fällt immer was Neues ein, immer ein neues Spiel gegen mich. Ja, natürlich. Also das zieht sich ja auch durch das Drachengame durch. Übrigens, wenn du den ganzen Tag im Auto unterwegs bist, ich würde mich ein bisschen mit Sonnencreme einschmieren, wie ich das gerade sehe. Weil man denkt das immer nicht. Aber wenn man mal auf einer längeren Autofahrt ist, mal so zwei, drei Stunden im Auto und abends merkst du plötzlich, dass du Sonnenbrand auf dem einen Arm hattest, der auf der Fensterbank lag. Das ist tückisch. Man denkt immer, ich sitze in einem Auto, ich bekomme ja keinen Sonnenbrand. Aber aufpassen. Ja, das hat sich ja auch durch das Drachengame durchgezogen, dass wir ja auch immer, also wir, die Hater, ja auch immer Möglichkeiten gefunden haben, alles gegen Rainer zu benutzen. So zum Beispiel, er hatte die Amazon-Wunschliste, die Battle-Liste, wo sich erst alle Leute darüber aufgeregt haben, ach, jetzt setzt er alles auf die Liste und lässt sich von Leuten halt irgendwas bezahlen. Und dann kam er halt irgendwann auf die Idee, wisst ihr was? Wir schicken ihm jetzt einfach den übelsten, billigsten Schrott in hundertfacher Ausführung, diese komischen Unterputzdeckel oder so, dass der Typ einfach, dass sein ganzes Grundstück einfach voll ist voller Amazon-Kartons, dass der, der hat das gar nicht mehr alles in seine Mülltonne bekommen. Da haben wir das, was er gemacht hat, hey, weißt du was, ich lasse mir einfach Sachen von Leuten bei Amazon bezahlen, warum nicht? Haben wir dann wieder so umgemodelt gekriegt, die Hater, dass er dann plötzlich irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, Sachen von Amazon zu bekommen. Und jetzt wird das halt auch so sein. Abgesehen davon, dass, ne, ich meine, dieser ganze Plan mit Rumreisen ist halt eine unfassbar dumme Idee von Anfang an gewesen. So, da mussten die Hater nicht mal irgendwas mitmachen. Das ist einfach von vornherein, steht das schon auf sehr wackeligen Beinen. Und ich meine, ganz ehrlich, was wird jetzt passieren? Wir werden halt einfach, ne, jeder Hater in Deutschland wird halt einfach ein bisschen Ausschau halten, ne, jeder Pickup einfach mal hinterher gucken, ob er das ist. Und wir werden halt einfach nach und nach immer mal wieder Meldungen hören. Ach, übrigens, heute ist er da und heute ist er da und heute steht er in dem Hotel. Und dann einfach mal gucken, ne? Also, nach dem, was man gehört hat, die erste Hotelübernachtung lief ja schon mal nicht so, wie Rainer es gedacht hat. Ich persönlich bin gespannt, was mir jetzt, was mir jetzt passiert, wie es mir jetzt entgehen wird. Ich habe mich jetzt von allen verabschiedet, war jetzt gerade auch noch bei den letzten Personen, bei denen ich mich verabschiedet habe. und, äh, muss man schauen. Ich kann mir nicht, ich weiß es nicht, ne? Ich kann es, ich kann es nicht das Gegenteil beweisen. Hat Rainer sich in sein Auto gesetzt, ist einfach vom ASB losgefahren und einfach auf die Autobahn und gib ihm. Vielleicht. Von wem soll er nicht, soll er sich noch verabschiedet haben, ne? Hat er, okay, vielleicht hat er, hat er bei Thomas nochmal, jo, ich bin übrigens weg, gesagt, so. Und dann hat Thomas die Tür zugemacht, als, nachdem er weg war und hat einmal hinter der Tür ordentlich durchgeatmet, weil jetzt auch, weil einfach für alle Leute an diesem Berg jetzt das Leben einfach ruhiger wird. Schauen, das Video hier werde ich auch heute noch direkt aufnehmen, also aufnehmen, ja klar, ne? Mach ich ja gerade. Ne, ich werde das Video auch direkt heute noch bearbeiten, wenn ich im Hotel bin. Ähm, hab mir schon vor, das serviert und alles und, äh, wenn ich dann im Hotel bin, werde ich das alles, äh, noch bearbeiten und auch hochladen. Motel One am Frankfurter Airport, Frankfurt am Main. Das kam bei Twitter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da, da war er definitiv noch nicht am Schlafen. Da wussten wir, dass er da war, ne? Ist ja auch so, Hotelübernachtungen bedeuten halt auch, dass, ähm, ja, dass der gute Ford Ranger halt nachts über irgendwo auf einem Parkplatz steht und lange nicht jedes Hotel hat top überwachte, äh, Parkplätze mit Videoüberwachung, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Der, der liegt halt abends in seinem Hotelzimmer und denkt, oh shit, was ist, wenn die Hater jetzt mal einen Ford Ranger gerade gefunden haben, ne? Man muss ja überlegen, das ist jetzt im Prinzip das Einzige, was er besitzt, Leute. Das ist, das ist dieses, ne? Er hat jetzt kein Haus mehr, er hat jetzt nur noch dieses Auto. Wenn jetzt irgendwas mit diesem Auto passiert, das wäre halt für ihn sowas von katastrophal, wenn der halt morgens aufwacht und keine Ahnung, irgendjemand hat ihm die Luft außen reifen gelassen. Zack, riesen Katastrophe. Versuchen rechtzeitig ins Bett zu gehen. Für mich immer ein bisschen schwierig, zeitig ins Bett zu gehen, weil natürlich das Problem ist, Schlafrhythmus, heißt nicht, dass mein Schlafrhythmus kaputt ist. Im Prinzip habe ich einen gesunden Schlafrhythmus. Auf jeden Fall. Ich schlafe zwischen, ja mittlerweile schlafe ich zwischen fünf und acht Stunden. Das würde ich auch dazu sagen. Früher ist er ja mit vier Stunden ausgekommen, aber wir werden ja alle nicht jünger, ne? Er braucht halt vielleicht jetzt ein bisschen mehr Schlaf. Fünf bis acht Stunden, so. Er, der immer gesagt hat, ja, er ist ein Mensch, er kommt mit ziemlich wenig Schlaf aus. Inzwischen sagen wir, ja, acht Stunden geht halt schon, ne? Dass ich immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehe und auch immer ungefähr zur gleichen Zeit aufstehe. Also ins Bett gehe ich im Normalfall im Schnitt zwischen drei bis fünf. Und aufstehen tue ich im Normalfall zwischen, ja, manchmal stehe ich um neune auf. Heute zum Beispiel bin ich schon um halb neun wach gewesen. Ne, um halb zehn. Um halb zehn. Entschuldigung, neun uhr dreißig bin ich wach gewesen. Jetzt kann ich mir ein bisschen aufs Gas gehen. Und ab neun Uhr, ne, also zwischen neun Uhr und neun uhr dreißig und ungefähr zehn Uhr, zwölf Uhr stehe ich auf im Normalfall. Ist ja auch ein guter Rhythmus, um in Hotels zu wohnen, weil die meisten Hotelzimmer haben ja so, ich sag mal, Checkout bis maximal elf Uhr. So, wenn du da einfach nur übernachtet hast, irgendwie so bis elf Uhr, kriegst du dann noch ein Frühstück und dann um spätestens elf Uhr musst du weg, weil da muss ja noch durchgeputzt werden und so weiter. Du kannst ja nicht so lange schlafen, wie du willst, in einem Hotelzimmer. Irgendwann musst du raus. So läuft es im Normalfall, aber es ist auch immer unterschiedlich, wie es halt gerade passt und es kommt natürlich auch darauf an, wie ich ins Bett gehe. Manchmal gehe ich erst am 6. ins Bett oder bin ich erst am 6. ins Bett gegangen und dann schlafe ich natürlich ja logischerweise ein bisschen länger. Schlafe ich im Normalfall bis zwölf Uhr, was ja dann sechs Stunden werden. Ja, aber es wird sich jetzt mal ein bisschen ergeben. Übrigens, ich liebe dieses Auto. Es hat Tempomat, es hat Abstandshalter und es ist richtig, richtig, richtig geil. Ja, natürlich. Das Haus ist ja jetzt auch weg. Jetzt kann er Leuten nicht mehr entgegenschreien, dass er ein eigenes Haus hat. Jetzt ist der Ford Ranger sofort zu seinem Lebensmittelpunkt geworden und jetzt muss er natürlich bei jeder Gelegenheit allen Leuten sagen, wie unfassbar geil dieses Auto ist. Das ist ja auch das Einzige, was er noch hat. So, das Einzige, was er vorzeigen kann. Leute, wisst ihr eigentlich, wie geil dieses Auto ist? So geil, dass ich ab jetzt darin lebe. Weil dadurch, dass ich Abstandshalter darin habe, ich bin ja jetzt auf dem Tempomaten gerade und mein Auto fährt langsamer, ohne dass ich was mache, weil der vor mir langsamer fährt und natürlich muss ich einen bestimmten Abstand erhalten und mein Auto hält diesen Abstand von alleine. Das ist richtig cool. Jo, und jetzt weiß auch jeder Hater, wenn er dich mal auf einer Autobahn sieht, einfach davor setzen und runter bremsen. Mach das Auto von ganz alleine. So, am besten so, weißt du, wenn du zufällig ne, ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass du halt irgendwie mit zwei Hater-Autos unterwegs bist, aber ganz ehrlich, das eine Hater-Auto fährt links neben ihm, wenn er auf der rechten Spur fährt, das andere setzt sie vor ihn und dann einfach runter bremsen, bis es gar nichts mehr geht. Er hat auch Spurassistent und so weiter und so fort. Und ich fahre dieses Monster tatsächlich auf ungefähr zehn Liter. Man muss natürlich dazu sagen, ich fahre auch sehr Spritsparend. Ich fahre ihn momentan auf zehn, etwa elf Liter. Ich kann sogar mal kurz nachschauen. Wartet mal. Ich habe ja mal einen schönen Bordcomputer. Ich bin jetzt 395,3 Kilometer gefahren, seit ich das letzte Mal aktualisiert habe. Ich habe eine, auf 100 Kilometer brauche ich 10,3 Liter aktuell, ganz exakt. Zehn Liter. Zehn Liter auf 100 Kilometer sind bei den aktuellen Spritpreisen, er fährt Diesel, hat er gesagt, sind ungefähr 17 Euro. Gestern ist er 192 Kilometer gefahren von Altschauerberg bis zu dem Hotel, wo er am Frankfurter Airport, wo er sich gemeldet hat. Das heißt, das sind schon mal, gestern hat er schon mal 30 Euro an Sprit verfahren. So. Nur der Weg von Altschauerberg bis zum Hotel hin. 30 Euro plus eine günstige Übernachtung in einem Hotel, sagen wir mal 40 Euro, dann hat ihn dieser Tag jetzt schon mal 70 Euro gekostet. An Benzin und an Hotel. Das sind 70 Euro, wenn du das jeden Tag machst, bist du bei 2100 Euro Kosten und dann hat er noch nichts gegessen. Das ist jetzt sein neues Leben, Leute. Das ist jetzt sein neues Leben. Das muss er bezahlen mit seiner YouTube-Kasperei hier. Gucken wir mal. Er kommt von null. Achtung, null. Umsonst leben in der Ruine über 2000 Euro im Monat. So. Und das wird er auf jeden Fall finanziell stemmen können. Ich habe da ein gutes Gefühl bei. Keine Klicks dem Dicken ist heute wichtiger als jemals zuvor. Weil jetzt ist er richtig aufs Geld angewiesen. Das glaubt mal. Und ganz ehrlich, der wird auch nicht irgendwo, der kann ja auch nicht irgendwo anhalten und sich Essen machen. Der kann sich ja auch kein Essen machen in einem Hotelzimmer oder so. Der wird halt auch einfach außerhalb, außer, der wird auch einfach nur in Läden essen. Mittags mal bei einem Fastfood-Laden anhalten, abends mal bei einem Fastfood-Laden anhalten, morgens nochmal bei einem Bäcker anhalten. 10 Euro bei jedem Fastfood-Laden, nochmal 5 Euro beim Bäcker, 25 Euro ist das dann nochmal Essen. Die kommen dann zu den 70 Euro dazu. Sind wir bei 100 Euro im Monat, sind wir bei 3000 Euro im Monat für Benzin, Hotel, Essen. Vorsichtig gerechnet. Und nochmal die ganzen Sachen, die ja zwischendurch noch schlägert und so weiter. Meine Fresse, der hat jetzt aber ein verdammt teures Leben. Ähm, so, jetzt kann ich wieder die Anzeige machen. Äh, und aktuell, ich habe ihn jetzt gestern vollgetankt für 105 Euro und bin auf 524 Kilometer, die ich jetzt noch komme. Ja, das ist natürlich ordentlich. Ähm, habe ich also eine schöne Strecke vor mir, die ich fahren kann. Sollten Hater mir irgendwie auf die Nerven fallen, ist halt der Vorteil, ja, ich setze mich einfach ins Auto und fahre einfach mal 200 Kilometer oder 300 Kilometer in eine andere Richtung. Ja, kostet ja kein Geld, ne? Das habe ich aber in dem Video erklärt, das heute auf meinem Hauptkanal und auf dem Vlogkanal auch gekommen ist. Das Video hier kommt ja nur auf dem Vlogkanal. Im Moment sind wir bei, er hat eine Nacht außerhalb der Schanze und wir wussten, wo er ist und er konnte nicht mal in diesem Hotel bleiben. Also im Moment eine Nacht, Hater 1, reiner 0. Ähm, ja, ich werde es so machen, dass ich so Labervideos, wo ich unterwegs bin und wo ich so mit euch rede, während ich Auto fahre oder während ich halt irgendwie unterwegs bin, äh, ich werde es so machen, dass ich die Vlogs, so wie jetzt, das war ja ein dezenter Schnitt. So, mitten im Satz ein Schnitt, plötzlich ist er in einem Ort, vorher war er außerhalb. Äh, wo ich eben die Kamera einfach und da sitze und labere, das werde ich für meine Videos machen, wenn ich unterwegs bin im Auto. Ähm, und da haben wir einfach mal die Kamera umgekickt beim, ähm, beim Abbiegen, ne. Wenn du die Kamera so positionierst, dass du beim Lenkraddrehen dagegen kommst, das ist nicht gut. Eigentlich sollte, ne, du darfst nichts, ich bin mir ziemlich sicher, du darfst nichts in deinem Auto installieren, was sich beim Lenken stört. Das ist, äh, sicherheitsrelevant. Jetzt haben wir die Kameraperspektive, leicht verändert, jetzt haben wir diesen furchtbaren Plüsch, äh, Plüschwürfel-Staubfänger noch präsenter im Bild. Genau, also, wenn ich so jetzt mache, wie jetzt, dann sind es Vlogs und wenn ich dann irgendwie mal irgendwo sch... Auf dem Schild steht New Car, seht ihr das? Das ist so ein, ne, hat er da so ein, äh, ist, ist, keine Ahnung, entweder das hängt da drüber oder der Würfel, ne, wahrscheinlich ist das so ein, hier, wie heißt das, so ein Duftbaum mit New Car-Geruch, ne, anscheinend ist das Auto nicht mehr neu genug, dass da jetzt synthetischer Geruch rein muss. Stehe, wo ich auch mal Landschaft oder so zeige, äh, das werde ich auf dem Hauptkanal hochladen. Man muss dazu sagen, dass ich auf dem Hauptkanal hochlade, äh, wird größtenteils immer etwas sein, was man, äh, über einen längeren Zeitraum sieht. Er guckt schon verdammt häufig in die Kamera rein, dafür, dass er gerade ein Auto fährt, ne, ein Auto, ne, also, ich wiederhole nochmal meinen ausdrücklichen Wunsch, dass ich als am liebsten hätte, dass das Drachengame zu Ende geht, ohne dass jemand schwer verletzt wird. ... Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin heute in Berlin, ne, also, Berlin schaffe ich es heute zum Beispiel nicht, aber... Alter, sag mal, sag mal, seht ihr das? Von, vom Fenster knallt die Sonne rein, deswegen kann man sehen, dass, deswegen kann man die ganzen Tröpfchen sehen, wie viel, wie viel der einfach, wie viel der einfach rauskommt, während er, was für eine feuchte Aussprache der hat, achtet mal da drauf, ey. Sag mal, ich bin in Berlin und das Video hier kommt für euch morgen online. Dann heißt es, dass ich, wenn ich das Video hier online poste, schon nicht mehr in Berlin bin. Einfach nur deswegen, dass natürlich mir die Leute nicht auf die Nerven fallen. Natürlich gibt es so ein paar Hotspots für Hater, wie zum Beispiel Köln oder Frankfurt am Main oder auch Berlin. Jeder Hater in ganz Deutschland dreht jetzt den Kopf um, wenn ein Pick-up an ihm vorbeifährt. So. Das hättest du, du hättest dir ein, du hättest dir ein schwarzes oder ein silbernes 0815-Auto, was an jeder Straßenecke steht, hättest du dir kaufen können. Aber nein, du musstest dir natürlich ein super auffälliges Auto, super auffälliges Auto kaufen, was es nicht so häufig gibt. Ja, und jetzt werden die Leute dich einfach immer finden. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass jetzt in der nächsten Zeit, es wird mehr Nächte geben, wo wir wissen, wo Rainer ist, als es Nächte geben wird, wo wir es nicht wissen. Wir werden nicht 100% hinbekommen. Auf jeden Fall nicht. Er wird mal eine gute Nacht erwischen. Er wird mal irgendwo in einem kleinen Ort einfach sich irgendwo hinstellen können. Vielleicht den Ranger noch 100 Meter weg. Ach nee, das macht er nicht. Der behält seinen Ranger so nah an sich, wie es geht. Er wird sicherlich mal durch das Netz durchschlüpfen. Kein Problem, mal für eine Nacht, wo wir nicht wissen, wo er ist. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass wir sehr genau wissen werden, wo er ist. Oder vermutlich auch Hamburg und München. So ein bisschen die Großstädte, die Hauptstädte werden vermutlich so ein bisschen so ein Hater-Stützpunkt sein, sage ich mal. Wo die Hater darauf wetten, dass ich hinfahre oder dass die mich da auf jeden Fall abfangen werden. Oder versuchen, mich da abzufangen. Ja klar, die ganzen Hater-Treffen in den ganzen großen Städten. Also ich mache mich ja gleich auf. Ich habe mir ja freigenommen von der Arbeit, weil die Schnitzeljagd ist ja jetzt los. Ich werde mich gleich auf jeden Fall aufmachen und werde nach Amsterdam fahren. So, weil ich davon ausgehe, dass Rainer irgendwann mal in Amsterdam auftaucht. Und dann werde ich da einfach leben, solange wie es geht. Weil ich meine, in Amsterdam kann man ja auch noch andere nette Sachen machen, wenn man gerade zufällig nicht auf den Dicken trifft. Deswegen, ich glaube, Amsterdam ist eine gute Wahl. Nee, war ein Scherz. Ich glaube nicht, dass er Deutschland verlassen darf. Weil es kommt jetzt noch wegen der Gerichtsverhandlung und so weiter. Ein schwebendes Verfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob der Deutschland verlassen darf. Mal abgesehen davon, als ob der Deutschland verlassen würde. Der hat doch Schiss, irgendwo hinzufahren, wo die Leute nicht Deutsch sprechen. Letzten Endes ist aber das Schöne, dass keiner weiß, von wo aus ich komme. Ich kann beispielsweise theoretisch mal um Berlin rumfahren und von der anderen Seite nach Berlin reinfahren. Ja, dann kommst du von der anderen Seite und bist halt trotzdem in Berlin, was voller Hater ist, laut deiner eigenen Aussage. Das ist halt vollkommener Quatsch. Zum Beispiel dann aus dem Norden komme, wo ich eigentlich aus dem Süden kommen würde, da ich ja im Süden lebe oder gelebt habe. Also es ist ganz, letzten Endes ist ganz unterschiedlich, was ich da vorhabe. Das funktioniert ganz super mit deiner Kameraführung im Auto. Ich freue mich richtig auf noch mehr Vlogs. Jetzt weiß ich auch, dass unter dem Würfel noch ein zweiter Würfel hängt. Ist das nicht schön? Da hat die Kamera gewackelt. Ich muss mir echt noch was überlegen, dass ich die Kamera festjustieren kann. Okay, was könnte man jetzt noch erzählen? Also im Prinzip war es eigentlich soweit von mir. Ich bin erstmal soweit durch, weil letzten Endes gibt es jetzt nichts, was ich noch groß machen kann, außer halt zu sagen, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde im Laufe des heutigen Tages noch ein bisschen weiter aufnehmen. Da ist jetzt gerade eine Ampel rot, das ist passend, dann kann ich gleich die Kamera ausmachen. Also ich werde heute nochmal im Laufe des Tages weiter aufnehmen, vielleicht von dem Rasthof aus. Schauen wir mal. Tschüss, tschüss. Das mit dem Rasthof hat dann nicht mehr geklappt. Sorry. Jetzt sind wir ohne Scheiß. Jetzt fangen wir wieder an in 2014, 2015, wo er irgendwie diese Einblendung am Ende des Videos gemacht hat, damit das nicht mehr, weil er nicht mehr irgendwas geschafft hat. Ist klar. So. Und random. Yeah. Ja, Leute. Man kann gespannt bleiben. Dieses Video sagt jetzt noch gar nichts aus und zwar aus folgendem Grund. Dieses Video ist vor den Problemen entstanden. So. Jetzt hier gerade in diesem Vlog 128 ist Rainer nicht auf der Straße unterwegs on the road. Rainer hat an diesem Tag, wo er diesen Vlog aufgenommen hat, hat er in der Nacht vorher noch zu Hause in seinem Bett geschlafen. So. Er hat sich in sein Auto gesetzt, ist eine halbe Stunde, eine Stunde losgefahren, hat dieses Video aufgenommen. Jetzt gerade für ihn ist das so wie ein ganz normaler Tagesausflug mit deinem Ranger, den er vorher auch schon mal gemacht hat. Das jetzt nicht. Alle Probleme, die es gibt, sind nach diesem Video entstanden. Wie ihm das zusetzen wird, dieser Lebensstil, ständig unterwegs zu sein, ständig irgendwo anders zu sein, das werden wir jetzt erst in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Wochen merken. Jetzt hier Vlog 128, nee, 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 das ist noch ganz frisch. Der ist vor einer Stunde erst am ASB losgefahren. Der hat noch ganz normal in seinem Bett gepennt und so weiter. Dieses Video, natürlich, er ist hoffnungsvoll, aber man kann schon merken, dass er deutlich besorgt ist über die Zukunft, weil er überhaupt nicht weiß, wohin. Aber das hier ist jetzt noch, das ist Tag 1 der Reise. Aber dieses Video, alle Probleme sind erst nach diesem Video aufgetaucht. Deswegen ist dieses Video hier nicht repräsentativ. Ich gucke mal, ich bin mal gespannt, wie es ihm so, was er mir so in 2, 3 Tagen erzählt, wenn er mit seinem Auto unterwegs ist, wie ihm so dieses Leben gefällt. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Auf jeden Fall, Leute, eine Ära ist zu Ende. Er ist tatsächlich aus der Schanze raus. Was jetzt mit der Schanze passieren wird, werden wir wahrscheinlich auch noch mitbekommen, aber er wird dort nicht mehr zurückkommen. Er hat jetzt alles, ja, er hat alles, was er jetzt braucht, hat er in diesem Auto. Er lebt jetzt wirklich in diesem Auto. Jetzt mal ohne Scheiß. Sind noch, sind noch gute 3 Wochen, ein bisschen mehr bis zur Gerichtsverhandlung. Dann wird er mal wieder einen Tag wahrscheinlich in Nürnberg sein müssen. War das in Nürnberg? Gut möglich. Oder sonst wo. Aber bis dahin ist er jetzt erstmal unterwegs. Und ich, und man kann, jeder kann auf Twitter gucken, hey, wo ist Rainer denn diesmal? Hat jemand heute schon herausgefunden, wo Rainer ist? Ja, und wie sehr ihm das zusetzt, so, wie sehr ihm das auch finanziell zusetzt, werden wir sehen. Vielleicht werden wir mal gucken. Also ich persönlich sehe ihn jetzt noch nicht, wie er, keine Ahnung, abends da sitzt in einem Hotelzimmer, seinen Laptop aufgebaut hat und erstmal dann live streamt aus dem Hotelzimmer. Gestern hat das ja noch nicht geklappt. Er hat ja einen etwas unentspannten Abend, habe ich gehört. Und ja, ansonsten, gucken wir mal. Also es bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin jetzt bei fast 3 Stunden. Ich habe mir den Mund fusselig geredet. Aber Leute, das ist ein historischer Tag. Das muss man mal gemacht haben. So, jetzt bin ich aber auch froh, dass ich damit durch bin und dass ich das jetzt noch online bekomme. Und wir werden auf jeden Fall, dass in den nächsten Tagen, ja, es können jetzt nur interessante Sachen passieren. So. Von daher, ja, Rest in Peace, Drachenschanze. Du hättest ein besseres Schicksal durchaus verdient. Ich habe es ja heute schon mal erwähnt, dass man mit einer etwas anderen Attitüde, wenn man da rangegangen wäre, dieses Haus war kein hoffnungsloser Fall. Der Mensch, der darin gelebt hat, ist leider ein hoffnungsloser Fall. Und das war dann am Ende auch der, der Untergang dieses Hauses. So. Und in, keine Ahnung, in, in sechs Monaten, in einem Jahr, wird das Ganze nur noch eine, wird das Ganze nur noch eine, ähm, wird, wird er am ASB nur noch eine Erinnerung sein. Und die Leute werden da ihre Ruhe genießen. So. Und bis, bis dahin wird wahrscheinlich der ein oder andere arme Hotelangestellte, der gar nichts dafür kann, der an der, der gerade an diesem Tag an der Hotelrezeption sitzt, vielleicht ein bisschen mehr Telefonanrufe bekommen, wie normalerweise. So. Wie gesagt, gestern war er in Frankfurt am Main. Äh, da hat er in ein Hotel eingecheckt, aber anscheinend hat er dort nicht die Nacht verbracht. Er ist dann wieder geflüchtet. Und ja, wir werden mal gucken, wir werden mal gucken, wie gut wir ihn verfolgen können. Ob er es mal schafft, mal ein paar Tage unter dem Radar irgendwo, irgendwo zu sein. Vielleicht steht er auch irgendwann mal mit seinem Ranger irgendwo in einem kleinen Waldstück und pennt in seinem Auto. Weiß man es? Man weiß es nicht. So. Auf jeden Fall, Leute, es bleibt interessant. Wir werden alle beobachten, wie er damit klarkommt. Ich werde beobachten, wie er damit klarkommt und ich werde euch daran teilhaben lassen. In was für furchtbar interessanten, in was für furchtbar interessanten Zeiten wir doch leben, Leute. Die Schanze ist no more, dass ich, dass ich das mal sagen konnte. Es gab so viele Leute, es gab so viele Leute auf Twitter, die gesagt haben, der wird auf jeden Fall in der Ruine wohnen bleiben, bis, bis er, bis er direkt in den Knast geht. Das war durchaus realistisch und jetzt ist es, ist es halt gestern plötzlich einfach passiert an einem Montag. An einem Montag wie jeder andere, aber für den Dicken war es definitiv nicht ein Montag wie jeder andere. Das war vielleicht einer der, ja, war es einer der schlimmsten Tage in seinem Leben, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in Retrospektive schon. Jetzt gerade in seinem Vlog 128 sitzt er in einem Auto und er sagt, ja, gucken wir mal, irgendwie wird das schon funktionieren. Vielleicht sitzt er in zwei Wochen, sitzt er da und sehnt sich zurück nach diesem Haus, wer weiß, aber für ihn gibt es kein Zurück mehr. Wir schauen mal. So, ich drücke jetzt auf Aufnahme beenden, bevor mein Timer drei Stunden sagt. Um Himmels Willen, warum tut man sich das hier an? So, ich bin der vegane, Jahrmetzger. Kommt weiterhin gut durch eure Woche. Passt auf, vor allen Dingen, wenn ihr Auto fahrt und ich bin erstmal raus. Medal of. Ja, Da wäre es ein.